Hallo meine lieben Freunde beim nächsten wöchentlichen Level Upstream. Heute spiele ich mit Roma hier. Hallo! Portal 2, die Co-Op, habe ich noch nie gemacht. Also Portal 2 durchgespielt, aber die Co-Op habe ich noch nie gemacht. Also voll willkommen neu für mich. Ja schon ergänzen wir uns perfekt, weil ich habe die Co-Op glaube ich schon mal, ich glaube nicht ganz durchgespielt, aber ich kenne dafür das Einzelspielen uns gar nicht. Aber da werden wir uns bestimmt gut ergänzen. Warte, ich wusste erst mal eben vom Chat den Co ausmachen. Upsi. Okay. Okay, dann starten. Dann starten, Lois. Okay. Gleich kommt geile Sequenz, hoffentlich. Soll ich bei dir jetzt der lange Roboter oder der kleine Roboter? Was ist mit dem langen und dem kleinen? Bei deinem Nadelbildschirm. Bist du der lange oder der? Ach, ja, da ist der lange. Ja, siehst du. Klar, da siehst du schon, dass ich der kleine bin. Und du bist der kleine, oder? Jetzt hab ich die Verlieferung gefragt. Ja, bei mir klappt alles super. Bei mir klappt alles. Aber warum hab ich dich geoffen jetzt? Ja, dich möchte ich vielleicht. Nein, 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 nein. Ich will der blaue sein. Ich will der blaue sein. Ich will der blaue sein. Überhaupt höre ich dich jetzt doppelt. Ich höre nicht doppelt, aber ganz leicht. Ich höre nicht doppelt, aber ganz leicht. Ich weiß nicht, ob er streamen hört, aber... Man sieht Roboter nicht, weil das immer durchgewechselt wird. Man sieht man Ronja und dann sieht man mich nicht. Man sieht mich nicht, weil der Kumpel ist besser. Heute testen wir mit einem Partner. Weißt du, warum ich das doppelt? Weil das Ingame hier ein Dings ist. Ich mute dich mal bei TeamSpeak. Ja. Da mute ich. Da mute ich bei TeamSpeak. Hallo. 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 Ich winke dir. Warte. Warte. Ja, ja. Warte mal. Warte mal. Ich hab... Ich muss nicht muten. So. Arbeit, Arbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Oh, das ist mein Lieblingstier. Ja, ja. Fuck, der ist super. Gut. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Holy shit. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr was das alles ist. Weiß man gut. Ich sag einfach mal nicht. Hey, ich kann ja gar nicht drauf drücken. Echt? Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Ich hab bei dir das so in der Portal gemacht. Was? Du musst anpingen erstmal, oder? Wir haben ein Portal gemacht. Ja. Ich hab bei mir ein Portal gemacht, aber was will, irgendwas sollte man anpingen jetzt. Ah. Ja, du musst... Ah. Aber es geht nicht auf. Und was? Was ist das Ziel? Soll ich zu dir rüberkommen, oder was ist grad das Ziel in diesem Level? Ich check dieses Level grad einfach schon wieder nicht. Ah. Ah. Äh. Orange erhält zuerst ein Portal-Gerät. Aha. Ah. Okay. Ich hab's gecheckt. Jetzt musst du selber? Ähm. Du musst... Hast du hier oben so... Genau. Auf die schräge Fläche. Und dann musst du hier neben dir, rechts von dir, musst du mit F anpingen. Genau. Ne, nur anpingen mit F. Eins von beiden Portalen. F? Also hier oben an der schrägen... Genau. Und jetzt das rechts neben dir mit F. Ich drück die ganze Zeit einfach, aber dann macht er ein neues Portal. Ja, jetzt. Schau jetzt. Kannst du durchgehen. Oh. Ey, jetzt hat er zwei. Und jetzt fällst du auf. Genau. Und jetzt fällst du auf. Und jetzt fällst du auf. Ja. Jedes Portalgerät kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Ja. Aha, ja. Kalibrierung Gewicht Blue. Komm her, ich mach dir die Tür auf. Ja. Ja, da hast du schon was los in deinem Totalgrad. Hallo? Ich bin ja schon durch. Du kannst jetzt zwei Portale machen, ne? Mit links und rechts kriegen. Ach so, ich hab ja gar nicht nur eins gemacht, nach so vorhin gesagt. Ja. Na gut. Ich dachte, das wär so, aber ich hab mich entschickert. Ja. Okay. So, rein da mit dir. Ja. Mach das hier auch. Gewicht Orange. Keine Abweichung erkannt. Okay. Ich hab's dir ja auch voll geschickt. Das King Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Gott, ich bin jetzt schon voll überfordert, wir sind einfach noch im Tutorial. Da. Mach mal da. Yes. Hab ich. Und jetzt schießt da hin. Okay. Aber. Ich hab wieder an den mit dem anderen Port, ne? Ah. Aha! Ahahaha. Okay, Moment. Ich brauch hier so... Also mein Würfel ist drin. Okay. Also ich hab nen Würfel, den ich bestimmt einfach auch gleich mag. Gewichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich. Mikrofon Muted. Gut gefangen, Orange. Oh, sorry. Ich hab grad... Ich hatte grad... Ich muss mich grad noch auf TeamSpeak nutzen, weil ich... Mal mich doppelt gehört hat. Stell dich... Stell dich da hin. Nicht so gesagt, die Knopfen... Bin ich tot? Wow! Oh! Gedeitet. Weil du darfst du nicht reinspringen, oder? Ja, wenn du draufdrückst, fährt das runter, oder? Kann... Warte, äh... Kann ich das einfach aus, dass du vielleicht rauskriegst? Mit E. Ja. Kann sein, dass ich den... Ach so, ich hab gedacht, du brauchst den. Brauchst den? Nee, das ist schon richtig, wie du gemacht hast. Okay, okay, okay. Wenn du jetzt durch das blaue Ding geh, dann geht der kaputt. Okay, jetzt. Das hab ich ihm hier hier wieder durch das Fenster gegeben. Cool. Okay, okay, langsam geht's. Okay, okay, langsam geht's. So. Na, 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 na. Musst du jetzt vielleicht hier... Das ist auch so heiß. Bleib mal, bleib mal da drauf. Mhm. Und jetzt kannst du durch das Portal da gehen. Okay. Ah, nee, das geht... Ah, nee, das geht... Ah, nee, das geht... Ah, nee, 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 ich stand nur grad irgendwie auszuzählen in diesem... Annullierungsfeld. Mach mal los. Versuchen wir jetzt nochmal. Ah, okay. Warte, aber bei... Was sind die weggegangen? Wo... wo standest du grad, dass es weggegangen ist? Ach, wenn du dadurch gehst, gehen deine Portale weg. Mhm. Und die Würfel, die ich in der Hand... Okay. Okay. Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Super Konfetti! Yay! Das war erst die Kalibrierung und ich hab's schon. Ich bin schon total befreut. Holy cow! Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit den Tests. Ey, warte mal. Warte mal. Komm mal her. Wir müssen High Five machen. Okay, okay, warte. Äh... Okay, okay, warte. Ich auf der Treppe kam. Du treff jetzt blöd. Komm mal. Soll ich um? Moment, Moment, Moment. Moment, jetzt High Five. Okay, 3, 2, 1, go. Boom! Yeah! Easy! Wowie! Okay. Okay. Ich muss blauern. Du musst dann... Ja, sehr süß. Ich hoffe, es geht so halbwegs souverän weiter. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Okay. Das ist ziemlich groß, dieser Raum. Ja, ich hab auch... 1902. Wo steht das? Platzwerte. Platzwerte Portale. Platzwerte Portale. Das sind die von unserem grade, von dem Level grade, hm? Schau mal, wie viel mehr ich laufe als du. Platzwerte Portale. Da hat sie. Also man sieht, wer der aktive von uns beiden ist, oder? Also man sieht, wer der aktive von uns beiden ist, oder? Oh. Hä? Hä? Was sind wir hier? Hä? Ich hab keine Ahnung. Kann man hier die Level auswählen? Kann es sein? Mal schauen wir dich an den Level. Geh mal auf die 1. Da wird die 1 jetzt. Ist jetzt das erste Level. Ach soap keep. Wie bei der Treppe? Bei der oben. Genau. 0,1. So, jetzt steht hier die 1. Aber sie ist schon auf 0,6 gestellt. Abschnitt 1. Oh Gott. Warum haben wir denn jetzt hier eine Auswahl? So war es nicht geplant. Geh einfach gleich hin. So. Ah, und jetzt gehen wir in die Fahrstühle und jetzt laufen wir hoffentlich zu dem Level zu dem wir wollen. Hoffentlich, das ist nicht dieses... Jetzt gehen wir einfach gleich mit den höchsten Levels. Ich mein, why not? Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. 1,1. Ja, schau. Perfekt. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Okay, ich ström' mich jetzt mal hier drauf und du gehst da rein. Ah, jup. Okay, ich warte noch, mach mal dann. So, jetzt kannst du da bestimmt runter gehen. Du hattest doch ein Portal an deiner Seite, oder? Äh, die Tür. Mach mal hier ein Portal hin. Ich mach das dann an die Wand da, wenn ich dann hier reinkomme. Jup. 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 Okay, warte. Warte, und wie geht die Tür hier auf? Warte mal. Noch mal noch. Stell dich mal hier drauf kurz. Ja. Oh, dann merkt man ja einfach hier durch. Ach so, ja klar. Ach so, ja klar. Ach, die... Ah, warte mal. Hier. Jetzt geh durch. Durch die Tür. Ja. Was? Was? Was sagst du da? Ich struggle. So, durch welche Tür soll ich jetzt gehen? Äh, geh doch mal durch dein Portal und dann durch die Tür, die auf der anderen Seite Ist die jetzt offen? Die war grad nicht offen. Ja, weil ich stehe jetzt auf dem Knopf hier. Ah, okay. Ich hab gedacht, du hast dich offen. So. Orange erhält fünf Kollaborationspunkte. Okay. Okay, und jetzt musst du... An Archivand musst du das Dunkel... Orange... Dein rotes Portal hinschießen. Damit ich dich... Ah, ja klar. Du! Yeah. Down. Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenmeisterinnen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergess nicht. Wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Schade. Ja, jetzt werde ich mit deinem Bruch gehofft. Aber okay. Und recht. Vor allem... Jedes Mal werden wir auseinandergerissen. Ja, stimmt. Du! Ja, jetzt darf ich hier nicht gehen. Und jetzt darf ich... Ich habe dir... Wie bitte einmal da drauf drücken. So. Soll ich mal da rüber laufen? Mach mal. Ich glaube, wenn ich da auf den Knopf drücke, muss ich durch. Los, knapp. Ja. So, und dann mache ich dir hier mein... Warte, was hast du da? Dunkelrot. Dann mache ich dir hier mein... Perfekt. Was ist das Wort? Ach. Geh doch weiter. Okay, das sind Zeichen. Mond, Punkt, Reuz und Dreieck. Okay. Alter, was passiert, wenn wir uns hier dran stellen? Ja, hier brauchen wir so einen komischen Ball. Ja, ja. Aber was haben die zur Zeit... Ich geh mal da drüben hoch, wenn du hier hoch gehst. Ah ne, schau mal, ich kann hier was drücken. Ich drücke einfach mal... Hier ist ein Kreis, vielleicht kommt jetzt wieder der Ball irgendwo raus. Ah! Wir müssen das alles gleichzeitig... Ah! Wir müssen das schnell genug drücken. Ähm... Mach mal... Mach mal... Mach mal hinter dir das... Mach mal da dein eines Portal hin. Ja, und da oben, oder? Und dann drücken wir und dann müssen wir dann halt... Musst du drücken und du musst dann schnell durch dein Portal gehen. Ah, okay. Bei dir ist genau so, oder? Bist du ready? 3... 2... 1... Go. Ja, ja, ja. Oh, jetzt kommt die Kugel. In den Ball. Long. Sehr gut. Ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Boah, okay. Ich glaub, sie meint mich. Töte... 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 des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Wo ist das hin? Da würde ein anderes hin. Oh ja, gut. Ah, okay, das ist... Ah! Wir sehen uns so gut, das ist unglaublich. Ja, das sagst du jetzt noch. So. Knopf. So. Oh. Ich will die Schießen auf uns. Oh. Haha. I'm sorry, ich hab... Ne, alles gut, ach, ich teste das. Ich bin hier der Dummy. Ne, drück mal auf den... Geh mal auf den, äh, auf den Knopf. Wir wissen, dass wir die Tür kaputt schießen. Ah! Ja, nice. Ja, nice. Monster! Die gehören zu un... Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Ah! Ah! Ich werde gelasert. Oh Gott, was machst du grad? Dieses Puzzle, oder? Jetzt brauche ich deine Hilfe. Kannst du hier ein Portal machen oder hier? Ich find's gut, dass du, äh, dass du das hier alles verstehst. Okay, das, 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 das... Das nächste Level musst du machen. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ne, ach, du, wimmst du erst einen Filter machen. Die Kamera, die du allein bist, würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Riecht cool, man kann im Aufzug springen. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, stimmt, ja, jetzt geht's endlich mal. Dann werden wir auseinandergelegt. Gott. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Okay, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt high fifen, okay? Oh, okay, okay. Oh, wir können noch irgendwas eifen, okay? Oh, okay, okay. Oh, wir können noch irgendwas anders machen. Äh, machen wir das oben rechts. Ja, das wollte ich auch grad sagen, das sieht gut aus, ja. Drei, zwei, eins. Wow! Ich hab seinen Kopf weg genommen. Aua! Okay, gut. Ich wollte mich erst beschweren, aber es ist gut ausgekackt. Okay, lass mal, ähm, lass uns, lass uns, lass uns, äh, Cheat, äh, Cheat, äh. Okay, okay. Okay. Drei, zwei, das ist das rechte. Ach, das, ja, okay. Ja, ja. Drei, drei, eins. Ja! Oh, Mann ey! Ja! Ich kann gar nichts auswählen. Ne, das ist einfach, das urteilt nach dem bisherigen Leistungsvermögen im Spiel, glaub ich. Oh! Oh! Okay, was geht hier? Ähm. Knopf. Ah! Oh! Oh, was, ich empfinde, ab Info! wird's oben drüber drüber. Muss da jemand, muss da einer rüber, vielleicht? Bine mal rüber gegangen. Okay, er ist rüber gegangen. Ich glaube, er muss gleich jetzt runterfahren. Runter. Nee, fahren wir jetzt auch noch mal hoch. Nee, vorkam! Nee, ich bin mal, gehen wir nach rechts, genau, jetzt nach unten. Genau! Na, jetzt was... Hallo? So, und das nach oben? Jetzt. Kannst du, kommst du da irgendwo hinten, ey, oder? Ich glaube, du kannst dich nur direkt fetschen, also fahr nicht nach unten, bitte. Fahr mal wieder hoch, wenn du hier rauskommst. So. Ah, da oben ist eins, das hab ich nicht gesehen. Okay. So, ruf da. Oh. So. Okay, I have the cube. Jetzt musst du mich nur wieder lebendig dir rausbringen. Ähm, kannst du nicht, warte, kann ich dir ein Portal da reinsetzen? Ne, leider nicht. Ne, durch die Scheiben kann man nicht fließen. Ah. Ähm, warte, wie kommst du da? Ah, je, warte. Ne. Du musst wahrscheinlich irgendwie die Bestie benutzen. Ah. Ah, ja. Ja. Fahr mal nochmal hoch. Jetzt fahr zweimal runter. Oh. Jetzt ist es weg. Warte mal, fahr nochmal hoch. Ja, weil das Ding davor ist. Du kommst ja nicht durch, wenn das Ding davor ist. Ne, weil der Teufel ist einfach weggekackt. Versuch mal nochmal. Da ist es. So, aber wenn ich jetzt runter... Ne, warte, jetzt normal. Ja, okay, dann geht's aus. Jetzt ist es aber wieder weg. Sobald die Kiste sich davor schiebt, ist es... Kannst du eins da unten hin machen? Ja? Ja? Aber das bringt doch nichts. Nee. Das bringt doch nichts. Nee. Ähm. Du kommst aber auch... Da ist ein Janstack. Du musst ja... Ja, wo es dich führt. Aber also, du kommst da unten auch nicht raus, ne? Du kommst gar nicht durch diese Wand. Ne, klar kommst du da nicht durch. Nee. Wie bist du denn... Warte, warte mal, ich hab ne Idee. Komm mal jetzt runter. Ja, geht das auch weg. Warum geht das denn weg? Das ist fies. Ja, sobald es sich verpuschelt, ne? Scheiße. Aber ich hab das da drüben an die Decke geschoben. Da müsst ihr eigentlich zu... Ha, warte mal. Ähm. Geh mal nach links. Komm auf das Ding drauf. Links da, genau. Ähm. Aber jetzt nochmal... Genau. Ähm. Jetzt über dir. Kannst du dann Portal setzen? Siehst du... Kannst du... Nee. Weil da ist dieser Anfangspunkt. Da, wo ich grad mein Orangenessen gemacht hab. Kannst du's nochmal runterfahren? Ah, okay. Ja, ich seh nicht, ob da ein Block ist oder ob du das durchsehen kannst. Okay, gut. Meine Idee wurde damit auch zerstört. Aber ich bin jetzt schon mal in der Etage weiter höher. Ah ja, ja klar, warte. Kann ich... Nee, aber da ist es doch vor dir. Kommst ja auch nicht drauf. Vielleicht kommen wir nochmal runter? Ähm. Warum ich mal jetzt so? Aber dann bist du ja gefangen. Öh. Öh. Ja. Oder? Ich würd sagen, ich lass dich einfach da und geh dann mal weiter. Kann. Du beugst nicht den Würfel. Ja, leider. Du bist nicht den Würfel hier aber schon. Ja, schade. Ähm. Du kannst aber auch nicht hier hin gucken, oder? Hier, wo ich bin, hier ist ja auch so. Aber ich kann mich auch jetzt nicht zerstören lassen. Ich bin hier... Ich bin... Ich bin stuck. Ja, das äh... Hast du nicht grad noch gesagt, das ist alles super hier? Kannst... Nee, da kommst du auch nicht hin. Ich seh halt... Mach mich mal kaputt. Das ist ne Idee. Wie mach ich das denn? Indem du einfach zum Würfel hochfällst und dann auch nicht wieder runterfahren. Fahr runter. Jetzt wieder hoch. Jetzt wieder runter. Du hast Blue gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 17 Kollaborationspunkte. Nice. Thanks, I guess. Okay. Jetzt darf ich einfach... Jetzt muss ich einfach mein... Der Portal da lassen, oder? Na, 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 na. Oder? Oder? Fahr mich runter? Ja. No! Sorry. War keine Absicht. Mir leid. So. Ich versuch mich zu bessern. Okay. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein. Gott sei Dank. Okay, und jetzt mach einfach... Nichts. Einfach... Nichts. Nee! Yay! Okay, warte. Und das kommt... Aha! Aha! Stoppen! Wahrscheinlich, weil du zweimal gestorben bist. Ich weiß auch nicht warum. Bein... Oh! Was ist hier? Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Wieso fasst du ich mit, äh... Aber, wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ist aber keiner. Ja. Okay, rapide. Okay, rapide. Und kriegst du denn jetzt fünf Gula-Fraktion? Ja, weil du den Würfel kaputt gemacht hast. Okay, warte mal. Du musst jetzt auch. Aha! Spring drüber! Nicht runterfahren lassen! Danke! Ja, danke! Oh, oh! Äh! Du musst ein Porto setzen. Wohin? Wohin? Wo muss ich... Ach, darüber einfach? Ja. Auf die andere Seite. Aber wieder hoch. Yes. Bist du dann ready, schnell zu springen? Ja. Kann ich auf heute. Ja, perfekt. Cool. Könnte ich hier jetzt auf Druck drin sein? Ja, mach... Mach ma nicht! So. Warte, kann ich dir irgendein Portal wohin setzen, oder so? Ein Portal wohin setzen, oder so? Kann ich dir im Portal irgendwo hinmachen? Ja, ähm... Schon. Ich komm zu deinem gelben. Ah, okay. Ja, stimmt. Da kommst du ja hin. Ui! Käse reiben. Sehr gut. Als unparteiischer Beobachter des Ganzen wäre es unfair, mein bevorzugtes Mitglied eures Teams zu benennen. Ich könnte aber einen Hinweis geben. Das weniger bevorzugte Mitglied würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. Reimt sich auf Schuh. Orange, du machst dich sehr gut. Ha, 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 ha. Ne, was? Ihr wart denn, ey? Ich hab da wirklich gar nichts gemacht. Ey, ey, ey! Ich glaub, das ist ihr Ziel. Ich glaub, sie will uns entzweinen. Wir sollten darauf nicht eingehen. Oder wir akzeptieren einfach, dass ich besser bin. Zul. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Der nächste Test ist so gänzlich anders. ich kann ich meine ich will euch nicht einmal sagen was ihr sucht wenn ihr es findet wisst ihr es ok ich bin bei mir zwar nicht so sicher ok da ist dead end vermutlich wissen wir da runter komm runter hier insett ist es für kauter aber kann so kauter machen und jetzt also du musst auf der anderen seite den hebel bist du bereit wie mache ich denn mit f e ah ja klar alles mit e ok bereit 3 2 1 go ok die Tür ist oben ah ok 3 2 1 ok das mit 2 3 3 3 ja 3 2 1 go so ah perfekt ich hab die Disc sehr gut man nennt sie auch nehm die Kaffee da soll kann ich die nehmen nein hast du sie jetzt? ja alter was ist das denn eigentlich für ne übertrieben riesige Disc guck mal jetzt was die ist ja bloß diese Tastatur ja aber das Ding ist hier auch riesig schau mal der dieser Player hier ist ja auch dreimal so groß hm glückwunsch zur bewältigung dieses absolut sinn und herrnlosen Tests hm oh eins noch wenn ihr die Teststrecken verlasst kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz zumindest könnt ihr nicht mitteilen dass ihr Schmerz verspürt ich glaub wir sollten oh hau wow danke ne ich hab das grad gelesen was auf dem Whiteboard stand ok äh äh Abschnitt 1 geschafft yay da wenn auf geht's zum Abschnitt 2 würde ich sagen die 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 diese Fängung zeichne bei den schwierigsten diese Fängung zeichne bei den schwierigsten Level ab ich weiß auch nicht äh vielleicht vielleicht hab ich den Korbhoch mal durchgespielt und deswegen kann ich irgendwie Level auswählen oder so könnte es sein das könnte ich mir vorstellen ich kann mich zwar nicht dran erinnern dass ich ihn durchgespielt habe aber anscheinend hab ich das das diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen sie mussten nichts weiter tun als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte wie toll sie gelten sein Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Testzeit ausgedrugsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Ähm, ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, ich weiß nicht, wie das geht. Kannst du da durchspringen? Du musstest hier auf den Boden setzen, dann... Ah, ja, ja, ja. Perfekt. Jetzt musst... Ähm... Geht euch? Ähm, fuck, das war das Falsche, sorry. Und jetzt könnte er reinspringen. Komm zu mir. Hey, hopp. Hey, hoppa. Okay. Brauchen wir da einen Ball? Hier oben. Also es bringt hier oben, muss ich sein. Ähm... Wo musst du denn hin? Siehst du das? Okay, das bringt nichts. Also ich kann... Hier ganz oben kann man ein Portal machen. Warte, wenn ich... Gott, oh Gott. Also ich... Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. So, so. Wenn ich hier... Setze ich das hier hin und gehe das blau und jetzt pass auf. Ah, jetzt haben wir... Ah, ja. Jetzt muss halt einer noch irgendwie da hochkommen. Oh. Warte, wo? Hier oben? Da? Da auf der Seite. Das mache ich. Ach, kann ich... Kennte ich da durchschreien? Hier ganz oben? Ja, genau. Ähm, ja genau. Kannst du hier unten, dass ich hochkomme? Danke. Und dann mache ich... Achso, ne. Ich habe ja gar keinen Schwung. Ne, klar. Ich muss das andere von mir... So, und jetzt hoffen. Ja. Wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Lock. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt der Hauptsleer... Moment mal. Ihr seid hier gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Erschossen. Erschossen. Erschlagen. Ertrunken. Zerstampft. Verbrannt. Verbrannt. Verzeihung. Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen, mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Von hier muss einer irgendwie durch... Ah! Glaube ich... Jetzt stelle ich mein Dach halt auf. Hier drauf? Mhm. Und geht euch ins Loch... Oh mein Gott! 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 Das muss... Das musst Du weitermachen... Du musst vor Ort den Schwung... Du musst dich rüberschießen. Ehrlich? Ich muss jetzt so ganz oft da durchfallen? Ja. aber ich glaube das gleiche musst du jetzt auch machen ich habe diesen test übrigens nur geschaffen um test zu ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr sehr stolz ich werde euch das kleinste profil der welt basteln selbstvertrauen schafft man am besten indem man seine eigenen unsicherheiten erkennt orange kannst du aufschreiben wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest warte dafür reicht die zeit nicht denk einfach wie sehr du blutest du gibst ein hervorragendes beispiel ab ok wir müssen irgendwie darüber kommen ach da ist auch so genau aber den knopf zu drücken aber das problem ist dass er hier alles gut gemacht wird durch also ich könnte jetzt nicht für dich die portale da auf ach doch klar ich kann hier außenrum gehen klar geht das hier gibt es ja wieder die speed teil ja und dann kann ich dich darüber schießen ja ja falsches portal werde ich noch lernen i doubt it jetzt musst du auf den er nicht vergessen wenn wir damit wieder vor der durch geht dann ist er auch kaputt aber ich gebe dir kann ich dir die vorliegen hochweichen ich habe ihn wieder gelangen wo muss der gut er muss nach oben ah ja danke ich dachte das geht schneller aber ich verstehe ihr möchtet den test genießen lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen enttäuschung über euch davon abhalten bitte bis ihr noch als ich sagte ihr werdet die einzigen die den kalibrierung bestanden hätten gelogen es gibt noch 5000 weitere test teams mit denen ihr in direkter konkurrenz steht aber keine sorge ihr führt ok wir brauchen wieder ein ball weißt du was mir aufgefallen ist da hat uns ein bisschen so wie patrick ich muss welches muss ich dann weg machen das obere muss ich mir du musst du bist so schnell zu sein weil das tickt wieder Ja, ja, dann. Okay, ich hab Fullspeed. Okay, warte, dann mach ich das jetzt da und dann mach ich jetzt rüber. Und dann kannst du gleich nochmal drücken. Alter. Jetzt musst du raushüpfen. Ja, es sind gleich vier Balls rausgekommen. Wow. Weißt du was? Ach, wir brauchen nur einen und wir haben vier bekommen, das wäre lieb. Ich kann Fußball spielen. Wee. 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 Ja, irgendjemand ist das so halbe, Wanne. Oh. Aha. Du, hier wo der Ball war, der Ball war gerade in dir. In mir? Oh, wow. Der Ball, ja. Ja, in dir. Du warst gerade nicht, Google. Hahaha. Du bist nicht gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Wow. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert gar nicht, oder? Ach so. Muss ich auch machen, oder? Hier ist ja nichts weiter. Mhm. Mhm. Das weiß ich von dem Sprech. Fältiger von Würfel. Ich weiß. Ich bin, äh, absoluter Pote-Kicker. Das hat schon Ronaldo zumindest. Oh nein. Pass immer da oben. Kommst du hoch? Mach mal das gleiche was ich gemacht habe. Und jetzt musst du hier oben was? Ne, du musst jetzt durch, weil wenn ich da durchgelenke, meine Portale hier weg. Ah. Kannst du da irgendwas machen, dass ich da auch... Kannst du da irgendwas machen, dass ich da auch hochkomme? Warte, wo ist denn dein Portal? Wo sind deine beiden Portale? Das eine ist... Also hier ist noch so eine schräge Ding, die hast du da... Warte, wenn ich... Ja, warte. Ja, geh in das Orangene. Geh. So, ich müsste drücken. Und da... Kann man da irgendwo Teile setzen? Also jetzt musst du einfach wieder durchs Rote und dann kommst du hier auch lieber. Oh ja, klar. Ja. 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 Das war jetzt zu lang. Ja. Okay, wow, ich bin eingesperrt. Eingesperrt? Ja, diese Dinger sind zugegangen. Ja, ich hab die zugemacht. Kannst du irgendwas drücken? Ich hab hier zwei Schalter an denen... also zwei weiße Flächen an denen ich hier bei diesem Portal anbringen könnte. Kann ich... warte, wenn ich... welches hab ich denn da unten? Du kannst aber eben durch dieses... Energiefeld geflogen bist. Ah ja, okay. Stimmt. Scheiße. So, okay. Kannst du nochmal das Ding hier wegmachen? Die... ja, war da krass. Weil vielleicht kann ich hier ein Portal... aber das geht ja auch nicht. Ähm, theoretisch könnte ich ja hier... Wir müssen jetzt den Würfel erstmal holen. Ja. Wir müssen den Würfel holen und hier drauf stellen. Ich hoffe, gibt's denn Würfel. Ja, ich bleib mal hier eingesperrt. Ich höre dich gleich wieder raus. Ja, alles gut. Ah! Ich kann hier ja... Und Sekunde. So. Ja, ja. Jetzt komm raus und gib mir den Würfel. Ja. So, jetzt bleibt's offen. Ah, und jetzt muss einer von uns da rein fliegen und da die zwei Portale machen. Und da die Portale machen. Ja. Ja. Das mach ich einfach mal. Jo. Jetzt komm ran hier. Gott. Jetzt kann's. Ich komm einfach mal hier rein. Ja. 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 Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Boah, ich kann richtig einen guten Robo-Dance. Nice. Okay, den Dance machen wir jetzt. Okay. Okay. Ja. Drei. Drei. Zwei. Go. Oh, ich hab... Oh, ich hab... Haha, ich bin auf Lachen gegangen. Okay, sorry. Ich mach den Dance nochmal. Okay. Drei. Drei. Eins. Die Welle war super synchron. Die Welle war super synchron. Die Welle war super synchron. Ich frag mich auch, warum hier immer Atlas und Peabody steht, aber sie uns orange... Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich ernst. Okay. Warte, wenn du da drauf hübsch, springst du dann in das Portal rein? Tschüss. Oh, okay. Bye. Wow. Ähm. Okay. Okay. Okay, Moment. Wo bist du grad überall lang geflogen? Das war mir grad zu viel. Ah, ich weiß was ich glaube, ich weiß was ich machen muss. Wo musst du denn hin? Okay. Du wirst schon darüber... Ah, nein! Ah, nein! Okay, pass auf. Pass auf. Wenn ich das jetzt hin gekommen, dann... Das ist auch richtig. Wo mussten wir hin? Nun, darüber. Aber nur... Müssen wir schnell sein. Okay, du mach... Oh! Oh! Hast du das gesehen? Du musst im Flug dann noch die beiden anderen Portale setzen. Kann ich nicht einfach hier rüber kommen? Ja, du kannst doch einfach gar kein Portal setzen. Was? Ja, das kannst du auch. Also, das war schon cool, wie du das gemacht hast, aber... Also... Oh, no! Oh! Ah, das sah echt toll aus, so. Jetzt... Aber was wir eigentlich machen müssen. Wir brauchen denn Würfel. Ja. Hier ist der Würfelspender. Wo? Aber kein Würfel. Wo ist der Würfelspender? Da oben. Ach. Ach so, aber kein Drück-Ding, oder? Nö. Hier ist nur die Sprung-Plattform. Wo ist der Drücker? Ja. Hä? Ist es denn jetzt dämlich? Nein, nein, nein. Hier ist ja nur das Katapult. Hier ist ja nur das Katapult. Ah, da drüben, oben. Oben, auf dem Fenster. ich weiß doch was wir machen müssen, komm mal her immer da, nach da ein Porto hin und da und da, genau, ja und ich flieg hoch sehr gut Juii oh, schön so also muss der bloß irgend... ah ja, ok ah nein, mein Portal ist weg ja, ist egal, er ist auszüben wo ist er denn? ja, hab ich I got it ah, ok, ja perfekt der ist ja nicht kaputt gegangen so, und jetzt müssen wir uns doch wieder hochfließen dann schieße ich mich als nächstes hoch und dann bringen wir dich hoch mhm, ja hast du die Portale gesetzt? war die hier? ja 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 so, jetzt gehst du rüber und ich mach dir die beiden Portale auf die läuft lustig so, warte, wo müssen die hin? da und da, ne? ja hast du? ja, sind offen ok ja, ja ja, ja geil, wie schön einem der mit dir so hoch wird ja, ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja, ja ja, ja ich glaub ich oh, ok wöffel sehr gut so soll ich mal da rüber hüpfen? ich glaub ich hüpfe mal da drüber gut gemacht ok wir sind irgendwie Alles läuft wunderbar. Ich glaube, du musst ihn auch fangen. Ich könnte... Wie? Wenn ich hier hoch springe, springe ich ja da rüber. Warte, da muss ich... Sehr gut. So, jetzt wenn ich rüber springe, im Fluch muss ich den fangen. Du musst sozusagen durch meinen Portal im Fluch den fangen. Ich glaube, ich muss nicht mal durch ein Portal, oder? Doch, du musst durch meinen Portal, die Distanz fangen. Da oben? Echt? Wo komme ich denn raus? Damit du hier raus kommst, weil da fliegt er ja vorbei. Da fliegt er nämlich, da musst du ihn in deine Luft fangen. Ach du Schei... Das schaffst du schon, los geht's. Ah, ich bin schon losgeflogen, okay. Ich bin sogar gestorben. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich stand nicht gerade auf dem Katakon oder so. Eigentlich müsste ich... So. So. So, du musst jetzt, wenn ich jetzt sage, drückst du auf den Knopf, okay? Okay. Ich bin mal zu langsam. Also, ich hab zu spät do it gesagt. Ja. Warte, ich fliege jetzt die lange Zeit hier durch. Ah, ja das ist doch gut. Okay und jetzt. Drück raus. Okay, jetzt musst du das Papa drücken. Der Würfel war zu früh, oder? Jetzt, jetzt, jetzt. Ne, der war zu spät. Ich muss nämlich so kurz bevor er landet. Ey, ich sag dir, wann du draufdrückst, okay? Ja. Also noch nicht, drück mich, drück noch nicht auf, drück noch nicht drauf. Ja, 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 ich lass es jetzt. Okay. Jetzt, drück jetzt. Ey, fuck, ich bin dumm. Ja, eigentlich ist es gut. Ah. Jupp! Nice! Sehr gut! Haha! Glückwunsch! Sowas lieb ich ja, so Priming gesagt, ganz toll. Super, Gabi. Hat der Tanz irgendwelche Auswirkungen auf euch? Ey. Komm. Wer die schon zu Master macht, dann muss man schon tanzen. Ja. 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 Fuck. Fuck. Für was? Für was? Was? Ich? Ich, ich weiß ja, ich weiß, ich weiß. Es ist so schlimm, dass ich mir nichts sagen muss. Ich weiß, ich weiß, dass ich nicht, ich weiß, was, was ich nicht draufất accomplishe. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue, du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Warte, wir müssen da gleichzeitig durch. Bist du ready? Ja, warte, ich will den Countdown drücken. 3, 2, 1, los! Okay, aber warum geht der Countdown? Du musst Dinger jetzt drückt halten. Und dann kannst du nach oben gehen. Ah, was ist das? Ach, das ist nicht das. Okay, okay, das habe ich noch gar nicht gedacht. Okay, wir müssen hier. Vorne ist gerade irgendwas. Oh, geraft hier, ich glaube wir werden gleich zergletscht. Ach, das kommt nach vorne. Ach, das kommt nach vorne. Ach. Äh. Ist das irgendwie so? Ach, dann fährt er so. Ach, dann fährt er so. So gut, doch, 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 mach. Oh, ich muss erstmal weg, ich muss erstmal weg. Run! Okay, dann mach das nochmal. Ja, so, geht los. Oh, ich weiß nicht, wie lange ich noch... Ja, du kannst weggehen. Den drüben. gut ja ich glaube du kannst du noch abgebild kaputt geht nicht mehr zu wege du kannst aber durch den gang gehen die dinge vorgängig zu durch den gang hier ach so ich würde dich hoch und ich gehe da durch ja nein ich habe dich getroffen hier aber mach mal noch mal die tür auf ich glaube wir brauchen diesen würfel hier und inzwischen die tür zu ach um den a und ja ja genau der betrug hat er mit ihr das wäre auch inzwischen die tür geklemmt ach so ja okay es geht ich glaube wir müssen wirklich so machen wie du ich habe nur keinen verpackt und ich bin gestorben ich bin ja ja kommst du kommst zurück ja ja hier hier musst du bisschen laufen ja ja ach ich warte hier einfach auf dich ja 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 du bist immer so über leise warte jetzt was hast du gesagt ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich min ich bin diesen test müssen wir nur noch die projekt pläne finden keine aux ratten sie nützen niemandem sie sind völlig langweilig und wertlos dies ist ein exper ment um herauszufinden wie viel denkt seitr vor die wert losen counseling verstände die richtige antwort lautet Null Sekunden. Ja, gut, das stimmt. Ah! Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Ja, schieß los. Wenn ich durchspringe hier, musst du hier ein Portal machen. Mach mal hier dein Portal. Neben meins. Und mach hier eins. Weil wenn ich jetzt hier runterspringe und auf den Knopf gehe, dann fliegt der Würfel oben raus und du musst dann sozusagen drüber springen und den Würfel schnappen. Ah, oh ne, ist schon wieder Timing. Ja, wann muss ich denn da los springen? Gute Frage. Ich spring jetzt einfach mal rein und du guckst, wann das dann rausfliegt. Okay. Ah, okay, es kommt ein Countdown. Okay. Ach so, die Würfel kommen auch noch so random angeplogen. Okay, es kommt so ein Countdown. Ich versuche einfach, wenn der Countdown losgeht. schon mal rein, wenn der Countdown losgeht. Okay. Äh, ich versuche einfach mal rein. Ich versuche einfach mal rein. Okay, ich versuche einfach mal rein. Ich versuche einfach mal rein. Ich versuche einfach mal rein. Okay, ich versuche einfach mal rein. Ich kann, ich kann hier hinten in der Ecke, warte, ich kann. Guck mal ran. Ja. Hallo. Sollte, jetzt musst du es doch wieder spielen. Perfekt. Perfekt. So, ich muss ihn halten. Ich bin ein Abstand, dann geht es nicht? Nee, dann ist jetzt nicht. Nee, doch, nee, doch, da ist er, da kommt er nicht darüber. Okay. So, wie geht es denn weiter? Was ist denn überhaupt, wenn man da drauf schießt? Äh, warte, geht es nicht. Ah, der Ventilator geht aus. Ah, du musst dich dann hier, da drüber schießen. Worüber? Hier, da drüber, über das hier? Ja, genau, über hier, die, die Wand, der Ventilator aus. Okay, kann ich? Nee. Äh, der Ventilator ist aus. Okay. Go for it. Okay. Okay. Huii. Äh, äh. Oh, bam. Okay. So. Denke ich mal hier in diesem Raum. Kannst du da irgendwas machen? Warte, hier ist ein großes Büro. Ich kann ja halt Portale an die Höhe setzen, aber muss ich hier wieder irgendwas finden. Ach, hier sind, hier sind so zwei, äh, Schalter, die ich überhaupt da drüber bekam. Äh, jetzt muss ich jetzt natürlich erstmal rüberkommen. Kannst du den, äh, Ventilator nochmal ausmachen? Ja. Wie lang, also hast du gesehen, ob der ein Stück braucht, bis der wieder an ist? Nee. Oder der baut schon von bestimmt. Also nee, der geht sofort an. Ich weiß, wie du's machen müsstest, glaube ich. Hast du, hast, ist mein oranges Portal noch drüben? Nee, ne? Nee. Äh, ich stand gerade auf dem Ventilator. Oh, sorry. Aber, ähm, warte. Ich weiß, wie wir's machen müssen. Ja, wenn ich mein, äh, Runterfallportal da lasse, kann ich das rote, also das andere Portal ja bei mir drüben hinbauen, oder? Oder mach einfach hier. Mach hier einfach einen von deinem Portal hin. Ja. Und ich mach da einen Sprungwohlportal, und dann musst du einfach nur das andere setzen. Ah, ja, 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 perfekt. Okay. Der Ventilator ist aus. Okay. Aber Moment, wenn ich, hier ist, äh, hier ist so ein Dings, das mein Portal kaputt macht. Wenn ich jetzt hier reingehe, wo ich eins hinsetzen kann, dann ist mein Portal da unten, äh. Das ist dann kaputt. Ja, also, es geht ja kaputt durch diese... ...durch diese blaue Wand durch die... ...könnte höchstens versuchen, sehr schnell dann auch... ...durch das Ding. ...könnte höchstens versuchen, sehr schnell dann auch durchzugehen. Aber es geht ja instant wieder los, es geht ja nicht. Oh, Gott. Okay, I'm gonna die. Bye! Warte, und wenn... Nee, aber ist ja auch... Wie lange muss ich denn hier runterfliegen? Okay. Kann grad nix, ich kann. Hier unten ist aber nix unter mir, oder? Nee, da fall ich nur runter, glaub ich. Okay, kannst du durch? Aber wenn ich jetzt hier durchgehe, ist halt mein Portal kaputt, ist ja auch scheiße. Das ist... Ja, blöd! Okay, warte, ich... Ich hau trotzdem mal durch, weil hier... Hier drinnen... ...in diesem Ventilator hinter... ...Hof... ...kann ich nichts tun. Ich schau noch mal rein. So, jetzt ist mein Strom kaputt. Warte. Ah, schau mal! Haha! Hier ist ein Dings, wo Fan-Shutdown steht. Wie mach ich das? Aber... Aber ich weiß nicht, wie ich das auslösen kann. Ich kann's nicht mit E drücken. Drückt man drauf oder so? Ich kann nicht drauf drücken, da fehlt irgendwas. Das ist auch so ein Laser-Teil. Siehst du das? Ach so ein Laser. Aber wo krieg ich hier einen Laser her? Ich schau noch mal hier hin. Da müssen wir halt ein Portal setzen, damit ich durchlasern kann. Ah! Kannst du da dran in ein Portal setzen? Warte, ich seh grad nicht nur den Pings. Ist das außerhalb vom Ventilator? Also... Äh... Mal... ...den Dings ausmachen. Aber ich glaube, ich kann echt... ...von hier drüben... ...dass noch... 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 ...warte mal, ich bin gleich wieder oben. Ja. 30 Sekunden. Hier... ...dass noch die Wand... Ah, Messer! Mach den Ventilator aus! Was? Ich dachte, du hast hier nichts gemacht. Nein, weil du nicht da warst, bin ich gegangen. Ich habe mich auch umgeschaut. Sorry. Er ist jetzt aus. So, ich lasse ihn jetzt auch aus. Jetzt bin ich hier drüben. Jetzt bin ich hier drüben. Oh, warte. Sorry. Ist irgendwas sinnvolles? Weil ich nicht. Ich weiß nicht. Weil ich nicht. aber ich komme ja auch wenn du einmal dort bist auf der anderen seite kommt man ja auch nicht wieder zurück oder also du könntest nicht mehr hierher kommen ich müsste irgendwie ein portal schließen dass der laser hier raus geht aber dafür darf ich ja nicht durch dieses portal kann man darauf springen ok du kannst darauf springen aber nein die frage ist was bringt dass wir dass ich hier bin aber der aber der da drin dieser ventilator shut down ding das leuchtet jetzt bei dir auch nicht du kommst auch gar nicht wenn im büro rein kann das sein ich bin jetzt da sprich mal darunter scheiße ich weiß nicht ob ich hier hingehen sollte oder nicht aber aber irgendwie erscheint schon so weil warum solltest du ich habe den sprung nicht geschafft also kann sein da drüben auch kein kein portal bei den anderen plattformen da drüben irgendwas was wir sehen haben das ist ja da hinten rechts kann man auch das eine Soll er da hinten kommen? Ne, ich glaub, da kommt er noch nicht hin. Deswegen hast du auch keines Banales. Danger Laser. Frage ist, für was ist dieses Feld hier? Diese Wand. Ja, genau, das hab ich mich auch schon gefragt. Warte, kann ich den? Große Frage ist, was bringt uns da? Gibt's ne Möglichkeit? Gibt's ne Möglichkeit? Ich glaube, wenn wir ne Möglichkeit hätten, dass man aus dem Büroraum wieder hier zurück kommt. Weil dann könnte man halt in dem Büroraum das Gegenportal dazu setzen und könnte dann den Laser da ran halten. Ja, aber man muss doch... Ja, aber man muss doch... Aber wenn ich durch das Portal gehe, dann ist das der kaputt. Ja, warte mal, mach mal das... Mach mal den Laserstrahl hin. Ja, mach mal den Dings aus, ja. Mach ihn mal... mach ihn mal wieder an. Okay, das geht nicht aus. Okay, das geht nicht aus. Das ist doch alles Mist hier, ne? Du kommst halt echt überhaupt nicht mehr raus, wenn du irgendwas... oder kannst du... Oder kannst du... Ähm... Ah, da steht hier vielleicht was auf dieser Tafel. Nee, das sind nur hier nicht. Aber was ist eigentlich bei dir drüben, wenn jetzt dieser Sand Shutdown ausgelöst wird? Mhm. Dann ist ja einfach nur dieses... Achso, dann muss ich rüben. Bro, port with this game. Ja. Ja. Da geht nicht aus. Ja. Das sind auch nur dieses... Das sind auch nur dieses... Da ist nicht aus. Aber es sind auch... Da ist ja... Da ist ja nur das Ding, Das ist jetzt auch hier... Da sind die Sperr des Sperrs. Überhaupt ein Portal machen. Guckst du überhaupt? Oh. No! Bist du noch da? Gut, bin noch da. Okay, gut. Ich hatte gerade... Überlegegarten. Kannst du gegenüber von dem Fan-Shutdown überhaupt ein Portal setzen? Ja. Okay. Und wenn du... Warte, ich mach nochmal den Ventilator aus. Kannst du da irgendein Portal, wenn du hier rüber guckst zu mir, kannst du irgendwo hier ein Portal hinsetzen? Da so schräg gegenüber an der Wand zum Beispiel? Hinter mir? Ja, ich kann es auch hier auf den Boden setzen. Mach mal, dass ich dann den Laserstrahl da halt reinlenken kann. Es gibt nichts, wo ich... Achso, es gibt nichts, wo du den Laserstrahl reinlenken könntest. Von mir aus gesehen. Warte, kannst du... Kannst du kurz rausgehen, dass wenn ich den... den Dings fallen lasse, dass du nicht gleich zerstört wirst? Ja, ja, ich bleib nicht zerstört. Bist du? Kannst du... Ähm, von dir aus kannst du hier... hier hin? Äh, nee, da drunter, hier, wo mein... Da? Wo mein Rotes gerade ist? Nee, da kann ich nichts mehr. Oh! Ich versuch mal, das Laserstrahl durchs Glas vom Büro zu schießen. Warst du auf sich zurück? Nee, von... von da... Ach, tja. Da komm ich nicht hoch. Nicht hoch. Ups, ich bin... No! I died it. Du machst es hier wieder zurück, Stefan. Aber, warum kommst du hier oben ran und nicht hier... Äh... Da, ich bin... Okay... Ich hab's. Da. Ich glaube, irgendwie... Da, ich hab's. Ich hab's. Da. Hast du's? Ich hab's. Schieß mich rüber und dann... Ich mach den Ventilator raus. Alter, Kekse bist ein Schatz. Ich glaub ich. Okay, und jetzt, ähm, so den Laserstrahl umleiten, wie du es bei mir gesehen hast gerade eben. Das hier? Hier? Da, äh, da hin und da. Nein, du musst ihn halt jetzt mal rein. Genau. Und jetzt ist der bei... Das... Das musst du nur noch ein bisschen weiter nach unten schließen, als rote Porta. Äh, ja, 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 warte, warte. Bisschen weiter höher. Bisschen weiter höher. Perfekt. Wow. Oh, ne, de. Okay. Weiß! Alter Keks hier, du bist dein Schatz, unglaublich. Okay, und jetzt musst du den Laserstrahl umleiten, wie du es bei mir gesehen hast. Was hier? Und hier? Da, dahin und dahin. Du musst ihn halt jetzt noch rein, genau. Und jetzt ist er bei... Das musst du noch ein bisschen weiter nach unten schießen, das rote Portal. Äh, ja, ja, ja. So? Bisschen weiter Höhe? Bisschen weiter Höhen? Wow! Oh, Riva! Oh, Dank Gott! So, Moment, und jetzt muss ich hier rüber springen. Äh? Ja, warte mal, aber jetzt ist der... Fuck, wenn du deine Portale aber zu magst, dann geht der wieder an. Ja, aber der Shutdown ist... Nee, Shutdown, ich glaub der ist komplett aus. Ach so. Der Laser ist auch komplett weg. Oh, wow! Ey, Uff. Schwierige Geburt. Ja. 6, 3, 3, 1, 4. Ist doch nicht vorbei. Echt jetzt? Okay, wir brauchen wieder eine blöde Disc. Nö! Also ne super-volle Disk. Schau mal, ich bin immer noch viel mehr gelesen. Wir haben minus 273 Punkte. Das ist ja jetzt brutal, finde ich immer noch nötig. Wir müssen jetzt irgendwie nur da hochkommen, bis dritte Level. Oh nö, jetzt muss ich hier schon denken. Okay. Wir müssen ja wahrscheinlich da drauf springen. Irgendwie ja. Oh, warte, ich weiß wieder wie. Geil, wir drücken beim Portal. Long. Schau, das hast du noch gar nicht gespielt. Das habe ich noch nie gespielt, ja super. Also ich meine, es hat uns auch nichts geholfen, dass ich das Level bisher schon mal eben... Kassel ist das, was ich nicht tun habe. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Hm. Ja! Oh my way! Dann wird euch bald fatal. Flonk. So. Fluchlicht oder was? Schau, da sind wir sogar bei der... Ja, das hast du noch gar nicht gespielt. Das hat Lully gespielt! Ja, super! Also ich meine, es hat uns auch nichts geholfen, dass ich die Unlevo bisher schon mal irgendwann gespielt habe. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Was ist das? Das ist einfach so ein Lichtwege. Okay. Pass auf, du musst zu mir kommen, du musst zu mir kommen. Weil sonst stirbst du. Stell dich genau hier hin. Okay, bist du ready? Wow! Hier ist es dran. Da rüber, los! Und jetzt muss ich... Perfekt! Hehe! Alter! Unnormal! Un-nochmal! wenn ich jetzt hoch du darfst nicht zu zeigen damit du auf der reine punkt gelandt ist ok ich hab ja kein sollen ok jetzt noch mal ach so ne moment ach ne ich muss es da hinten hin platzieren ok sorry war doof von mir nochmal ab bitte jetzt habe ich es ok ja ok klar man Ich bin auch... So. Wir haben ein... Juuu. Highball, meine ich. Highball. Ähm, du musst jetzt... Geh mal wieder auf die Brücke von mir. Ja. Du musst jetzt, wenn ich springe, musst du, ähm... Hier ein Portal machen, wenn ich da drüber... Ups. Damit ich, damit ich nicht... Damit ich nicht mit dem Ball sozusagen in dieses Ding fliege, okay? Ja, okay, klar. Warte, ich bin doch bloß. So. Ja. Ein Ball, meine ich. Ball. So, den kriegst du hoch. Ähm, du musst jetzt... Geh mal wieder, geh mal wieder auf die Brücke von mir. Ja. Du musst jetzt, wenn ich springe, musst du, ähm... Hier ein Portal machen, wenn ich da drüber... Äh, ups. Damit ich, damit ich nicht... Damit ich nicht mit dem Ball sozusagen... In dieses Ding fliege, okay? Bist du ready? Ach so, oh Gott. Wann muss ich das machen? Hä? Wenn ich halt oben anstoße. Auf die Brücke. Ah, ja, ja. Okay, klar. Du bist ja die Brücke an, ja. Ja. Du hast grad abgehakt. Doch selbst euer angeschränktes Versagen beglückt mich nicht. Ähm... Ne, weil ich... Ich kenn halt diese Brückendinger noch gar nicht. Vorhin, als ich kurz angespielt hab, äh, hatte ich halt die... Äh, die Katapulte gerade. Aber die Brücken... Ja, keine Ahnung, ne? Keine Ahnung. Etten? Weil, also ich hab ja vorhin, als ich das Spiel mal ausprobiert hab wieder, hatte ich halt grade diese Katapult-Dinger. Aber jetzt diese Brücken kannte ich noch gar nicht. Dieses Prinzip von denen. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angeschränktes Versagen beglückt mich nicht. Ähm... Ne, weil ich kenn halt diese Brückendinger noch gar nicht. Vorhin, als ich kurz angespielt hab, äh, hatte ich halt die... Äh, die Katapulte gerade. Aber die Brücken kann sich noch hier noch gar nicht. Aber die Brücken kann sich noch hier noch gar nicht. Ja, keine Ahnung, ne? So, irgendwie da hoch? Du musst... Du setzt mir hier ein Portal. Jetzt geh mal wieder hier hin und du setzt mir das andere Portal... Jetzt... Ja, gut. Jetzt müsste man bloß noch grade auslaufen können. Moment. Jetzt musst du nochmal neue Portal setzen. Jetzt. Jetzt musst du... Okay, jetzt muss er wieder zurück. Oh Gott. Oh Gott, ich hör grad fast schon wieder runtergefallen. Das ist aus. Und? So geil. Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Guck mal... Oh Gott. Oh Gott. Wie oft das... Wie oft das gezeigt wird. Also wie oft die... So Erfahrung sehen kann. Ja. Die Läden. Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Guck mal. Das ist gerade auch der Importante. Hinter dich. Hinter dir. Okay, drück mal auf den Knopf und ich bei ihm aus. Wir haben den Ball. So. Puh. Jetzt bitte. Aber diese Brücken gefallen mir nicht. Noch mehr Brücken. Hui. Okay. Okay, wo musst du hin? Ich mach da ein Portal. Und da ein Portal. Noch ein bisschen weiter rechts. So. Oh. 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 Honda erinnert mich an wundervolle Dinge. Was ist das jetzt? Ich hoffe ich sterb jetzt aber nicht. Jetzt also weiter hinter. Ahhh. Noch mehr Brücken. Pfuuuui. Ok. Ok, wo musst du jetzt gehen? Mach da ein Portal. Mach da ein Portal. Mach da ein Portal. So. Noch bisschen weiter rechts. So. Ah. Ah. Oh. 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 Das ist ein bisschen zu weit vorne. Ah ja. Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Ist das jetzt? Ich hoffe, ich sterbe. Also weiter hinter kann ich nicht. Oh. Ich glaube, ich werde das so. Sich mal etwas anders machen muss. Oder warte, ich kann das Orang schon weiter vor. Das dürfte. Soll ich mal probieren? Warte mal. So, jetzt wollen wir da dein Orang schon hin. Auf der Seite. Ja, jetzt geht's. Nein! Schau! Der Sprung nicht geschafft. Ja, kenne ich. Alles Gute. So. Okay, jetzt geht's. Schaffst du jetzt? Vorragend. Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für einen Test. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. So. Ich mag den Orang. Ich auch. Aber ich glaube, wir sind immer hier falsch. So. Jetzt sind wir halt hier, ne? Ah. Wow. Das ist weird, wenn man hier so runterläuft. Das ist weird, wenn man hier so runterläuft. So. Und hier da unten ist Elektroschockwasser. Das ist nicht gesund. So. So. Ach du hast. Aber. Ach so. Und dann setz ich. so. 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 Warte, wir müssen da rüber, oder? Ja, wir müssen da hoch. Allein kommen wir dann hier hoch. Warte mal, geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal durch mein blaues Portal zurück. Jetzt wirstest du hochgehen können, durchs blaue Portal. Ich hoffe, ob du da oben irgendwas drücken kannst. Äh, hier oben? Nee. Ist das zu steil? Nee, nee, aber hier oben ist das Stück schön. Ja, wir müssen hier hin. Ja, also ich komm da nicht hin. Bis zu weit unten drücken. Brauch mit Springer nicht? Versuch mal da hin zu springen. Ich versuch's mal, aber ich glaub, weil hier ist so ne Kante und dadurch... Nee. Nicht hoch. Ist zu hoch. Ist zu hoch? Katsu! Ich hab mich hingekniet. warte mal ja aber wie knie ich mich ich weiß nicht wie ich mich steuern okay und jetzt das Prozent das ist die Brücke ja und vermeidliche und was wir machen müssen eine neue Partei bei den Bezug hier hoch Ok, ok. Ok, und jetzt? Ähm. Oh mein Gott! Wie hast du dich zu drücken? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Unvermeidliche. So. Du weißt, was wir machen müssen. I know, warte mal, ich bring mich mal kurz um. Guck mal zu dir hoch. Ok. Oh, ich raste aus. Tut mir leid. Entschuldigung. Ah. Ah. Oh no. So, da bin ich wieder. Ok, ähm. Jetzt bring uns noch mal kurz da rüber. Hier rüber? Jetzt. Theoretisch müssen wir noch eins da hin machen. Ah, jetzt. Stell ich direkt vor mir. Stell ich vor dir? Noch bisschen weiter hin. Ah. Jetzt kommst du mit. Jetzt guck mal da unten, da ist nämlich diese Bodenplattform. Ja. Äh. Jetzt schießt du da ein Portal hin. Da hin. Und da hin. Da oben. Ok, warte. Ah, dann nimmst du da rüber. Jetzt gehen wir da hin. Oh mein Gott. Und ich mach das weg. Und jetzt liegen wir da durch. Bist du ready? Aha. Bist du richtig? Ja. Bitte, bitte, bitte. Hilfe. Wo bin ich? Nein. Ich bin einfach verstecken geblieben. Ich auch. Ich bin einfach verstecken geblieben. Ich bin einfach verstecken geblieben. Ok, bist du ready? Yes. Ich siehste nicht. Jetzt los. Ja. Ja. Ok, jetzt. Ok, ich bin auch gleich da. Holy cow, yes. Mann, wie checkst du das nicht verstehst du überhaupt nicht? Ich fühle mich geschmeichert. Haha. Ich fühle mich geschmeichert. Haha. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Eindeutig. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance. Während ihr es immer wieder versuchen könnt. Was ist zu kurz gezeigt? Ok, jetzt. Ok, ich bin auch gleich da. Well, wer ist echt nicht protectionist? Heute weiß ich nicht kontinuier чуть quotient. Wer ist irgend! Ich bin quantify 1 sehrantwortlich gewickelt. Dieserieur ist dann wieder two-lams Also ich glaube, ich bin ihr eindeutig sehr früh. Woah, du hast das schon어가unt. Nein. Was ist die erste Kunkel? Was hast du kurz gezeigt? Es war auf der Leise. Es ist eindeutig, wer vor der Leise ist. Also wenn die mich jetzt nochmal als wässerischwein bezeichnen, dann. Au. Irgendwann schaffst du es. Oh mein Gott. Wo? Ich bin orientiert. Ich war da. Okay, jetzt musst du wegmachen und bin ich auch wieder zurück. Bist du ready? Warte, was muss ich machen? Die Brücke wegmachen. Aber dann fall ich hier einfach runter. Dann fällst du einfach runter. Gibt es da nicht irgendwo? Äh, doch ich stehe. Wo kommt die hin? Und zwar, ich schieße es dir jetzt hier hin. Und du musst ähm... Oh, das ist schon gemacht. Du musst die halt erst wegmachen und dann erst machen wir nur hochfliegen. Ja. Au. Ich kann nicht. Irgendwann schaffst du es. Oh mein Gott. 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 Okay, jetzt musst du wegmachen und bin ich auch wieder zurück. Warte, was muss ich machen? Die Brücke wegmachen. Aber dann fall ich hier einfach runter. Ist das okay? Dann fällst du einfach runter. Okay. Gibt es da nicht irgendwo? Äh, doch ich stehe jetzt hier irgendwo. Moment. So. Okay, und wenn ich jetzt komme, dann musst du mir wieder die Brücke bauen. Ich seh aber gar nicht, wo du bist. Ich seh dich nicht. Komm, äh, hallo. Da. Ich seh leider nicht. Kannst du mir sagen? Okay, ich sag dir einfach jetzt, okay? Ja, ja, das ist gut, weil ich dreh mich ja weg von dir. Das ist wichtig. Jetzt. Ah, ich kann ja auch in deine Ansicht wechseln. Na ja. Na ja. Na ja. Komm mal hier hoch. Hinter dir. Da, ich hab ein Pottel gemacht. Ja, ja schon. Jetzt musst du halt das Gelbe da hinsetzen. Ja. Huh. Okay. Jetzt den Sprung ich verkackt, ne? Na ja. Schon wieder so kompliziert. Schon wieder so kompliziert. Na ja. Wenn ich jetzt... Ich hab ja meine Portale noch ge... Hier und... Warum kannst du es nicht hinschießen? Schieß es mal... Oh. Nein. Lass mal rüber, Worf. So. Ich muss unter den Füßen wegziehen oder so. Das ist auch so. Hä? Okay. Aber sonst... Aber sonst... Okay, wir müssen uns irgendwie da rüber schießen. Warte. Dass wir dann da durch das Dings fliegen? Ja. Ja. Äh... Na ja. Ist schon wieder so kompliziert. Na, wenn ich jetzt... Ich hab ja meine Portale noch geackert. Warum kann ich denn hier und... Warum kannst du es nicht hinschießen? Diesmal... Oh. Lass mal rüber walken. So. Es ist dein Zweck. Hallo. Kriegt das was? Jetzt war ich nämlich... Hier... Wann sterben? Wann sterben? Bonja, komm mal her. Komm mal zu mir. Mach mal dahin dein Portal. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Nein. Au. Hm? Hm? Vor allem das ist erst... Äh... Abschnitt 3. Und wie viel... Koop? Ich weiß es nicht. Aber... Vorsicht. Es gibt 4. Absolut ausgelassen. Ähm... Mach mal du die beiden Portal. Ganz derbe. Ich habe schon keine Ahnung. Bonja, komm mal her. Komm mal zu mir. Ja, ja, ja. Hallo. Mach mal dahin dein Portal. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Nein. Auf. Vor. Krass. Vor allem das ist erst... Äh... Abschnitt 3. Und wie viele gibt's im Koop? Ich weiß es nicht. Aber... Äh... Vorsicht. Irgendwann gibt's viel. Absolut ausgelastet. Ähm... Mach mal du die beiden Portale, die ich's gemacht hab. Ja... Boah... Boah... Da. Ich... 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 Ich versteh da nicht ganz. Okay... So... Nee! Ich schau jetzt... Ich geh da gar nicht rein! Okay? Ich... Ich... Ich geh da einfach gar nicht rein! Ich mach die Portale und grüße. So... So... Ich bin jetzt schon mal hier oben. Ah ja. Schön. Wo bist du? Ach da! Hi! Ja, das ist kompliziert hier. Also theoretisch müssten wir nicht, ne da gehen ja die Portale weg, oh ich hasse das, wer hat sich das aufgedacht. Also theoretisch, wir müssen ja ganz da rum, ich lande halt hier. Ich denke, es ist ja irgendwas da hochzulaufen. Ich komme da. Ne, nicht hin. Ne, das ist absolut kein Problem. Okay. Dunkelblau kannst du nicht noch warten. Versuchst du jetzt, weil es ist nämlich weiter runter. Ich glaube, es ist immer noch zu wenig. Brian. Nope. Ja, warte mal, ist es hier unter mir in der Plattform? Ja. Mach mal, mach mal, dass ich auf die Brücke springen kann. Mach mal, mach dein Geld bis hier hin. Ich glaube, ich habe die Lösung. Mach mal mit. Yes, japs. Oh nein. Wow. Oh. Warte mal, du musst vor mir durchfliegen. Ich bin dumm, weil das... Aber dann... Ja, jetzt ist es wieder weg. Ja, okay, aber jetzt wissen wir zumindest, wie wir es machen müssen. Ah. Ah. Wie bin ich da rübergekommen? Kann ich hüpfen. Mach mal, mach dein Geld bis hier hin. Ich glaube, ich habe die Lösung. Komm mit. Ich bin gespannt. Ah. Yes, ich hab's. Nein. Geil. Wow. Komm, warte mal, du musst vor mir durchfliegen. Aber dann... Ja, jetzt ist es wieder weg. Ja, okay, aber jetzt wissen wir zumindest, wie wir es machen müssen. Oh mein Gott. Wie bin ich da rübergekommen? Äh. Äh. Kann ich hüpfen. Kann ich hüpfen. Bitte ganz. Die brauche ich nämlich. Ja. Kann ich verbessern. Okay, jetzt musst du wieder hier die Brücke hinsetzen. Jetzt wieder da. Oder da. Äh. Lasst uns jetzt das Brücken bauen üben. Dreimal Brücken bauen. Vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Ja. Da ist jetzt mal hier ein Portal oder da? Äh. Nein. Was? Da drüben. Äh. Kannst du da nicht hinschießen? Da drüben. Ja. Da drüben. Ja. Ja. Da drüben. Da drüben. Aua. Komm die Fun. Du musst jetzt hier ein Portal setzen, aber? Nein ich nicht. Uh. Suche, die bitte herkommen. Ina ich nicht. Soppa. Hopp. Die wollen uns abschließen. Dich? Ja, also, wir wollen uns abschießen. er wundert mich auch nicht mehr wer war der Mann stop shooting at me ha ha du musst du ziehen total ist und da richtig die wollen ja es wundert mich auch nicht mehr, um ehrlich zu sein so, was geht hier? ja, warte mal stop shooting at me ich mach jetzt einfach den run des jahrhunderts den homerun ok, nee, fand ich nicht schau ich sei aber nicht so gl- äh da, girl da, ich schreitze ich muss jetzt da ein portal setzen und da ja man ich, ich find mich selbst, äh ich, ich selbst bin mir schon ein gegner oh nein ich hab's jetzt wohl nicht geschafft ah, scheiße, scheiße, no, 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 no oh, oh, sorry ja, das darfst du sein safe ja sex ich hab mir einfach so gedacht, konja, ey, nee, hau ab ja, ich kann's voll verstehen so, ähm ok, du musst jetzt glaub ich schnell hinrennen und den Knopf drücken ja und schnell durch die vor euch noch niemals bewältigt oh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat jetzt ist er nutzlos falls ihr euch über den Ruhm wundert, so riecht menschliche Angst ähh häh, haah, Vorsicht Oh, oh, Rückzug, Rückzug, okay. Wow, okay. Die Erkenntnisse dieser Test geliefert hat. Jetzt ist er nutzlos. Falls ihr euch über die Gute... Schärte dich! Okay, ich habe das... Wupsi, wupsi. Ich mache nochmal da und da. Du musst auch hochkommen, musst du hochkommen. Die Remontageeinheit hat übrigens noch andere Montageaufgaben. Ah! Ah! Nein, 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 ich bin auf der falschen Seite. Oh, danke. Okay, du musst schnell, okay. Ich mach hier. Ah! 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 Okay, wir haben es geschafft. So, jetzt musst du, glaube ich, hier das Portal entsetzen. Ich hab da. Hilfe! Nein, du stirbst! Komm hoch! Warte, 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 warte. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich komm. Nein! Toll! Orange ist wieder da. Testen wir weiter. Ja, schau, sie checkt schon, dass ich einfach nichts kann. Oh, warte, ich komm weiter. Toll, Orange ist wieder da. Bleib lieber tot, Orange. So, okay, 3, 2, 1! 3, 2, 1! Nein! Battle, was machst du? Okay, alles ruhig, alles ruhig. Ja, und ich konzentriere mich. Okay, let's go. Okay, jetzt machst du hier das Fatale. Oh, ich hab den Roboter. Ist es gut, wo du jetzt bist? Ich hab den Roboter kaputt gemacht. Echt jetzt? Ja, komm rüber. Ach, bist du auf ihm gelandet? Ich hab einfach E-Gesperl so laut zu sehen mitgenommen, das hab ich mal extra. Oh, hör auf auf mich zu schießen. Was für einen Winkel die aber auch schießen können, ey. Oh, oh, warte. Oh, oh, warte. Okay, muss ich irgendwie da was hinfügen, glaub ich. Ja, warte. Ja, mach da ein Portal und da. Ich muss durch, weil wenn ich das bringe, klappt es wieder ein. Geh durch! So. Okay, dritt bei den Boden. Okay, dritt bei den Boden. So. Okay, dritt bei den Boden. So. Okay, dritt bei den Boden. So. Da kommt... Wow! Okay, da muss ein Portal hin. Wo bist du? Wo bist du? Weil alle wollen gehen müssen. Jetzt kannst du mal kurz... Jetzt kannst du mal kurz überlegen. Ich muss mal kurz auf die Toilette. Ja. Oh Gott. Nein, ich bin gleich tot. Okay, okay, okay. Gut. Ich bin正常 und dann. Interestingly... Und ich bin ersten. Unsicht Cathedralflbene. Jetzt ist noch nie... Hier drin... Wer da? Unsicht cross, Schlafmodus aktiviert. 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 Wenn die da von unten gedrückt ist? Oh ne, okay, ich glaub da müssen wir einfach mal rennen. Ah! Ah doch! Was haben die denn? Einen Rückstoß! Nein! Aber die... Die meinst du wir schaffen? Ja! Okay, ich glaub wir müssen einfach überrehen. So, ready? Los, 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 los! Hätte ich diese Test reparieren können, wärt ihr mit Sicherheit gescheitert. Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Tests. Oh, das fühlt er so nett. Wir haben vergessen eine Sicherheits-DVD einzulegen. Ich bin sicher, das war ein Versehen. Vielleicht legt ihr sie wieder ein? Zur Sicherheit. Wir müssen eine DVD... Okay, Böse. Warte, lass dich mal aufmachen, wenn man den drüber geht? Nee. Warte, wir müssen ja nicht einfach durch diese Tür laufen. Nee, wir müssen irgendwas machen, dass die geöffnet wird. Konntest du da hier den anderen Weg lang gehen? War da irgendwas? Oh Gott, hier ist aber doch für Hilfe. Okay, ist ja für mich. Oh, ich hab's. Hm? Hast du das gemacht? Warte, jetzt schon. Komm ich dran. Aha! Also, ich hab jetzt hier auf jeden Fall auch geschafft ein Portal zu setzen, denn wir sagen wir schaffen den Ball da durchzugeben. Ah, soll ich den irgendwie... Warte, kannst du dein blaues sonst tiefer machen? Dann könnte ich dir den entgegen geben, wahrscheinlich. Ja, geh mal rüber, geh mal rüber. Ist jetzt nicht tiefer, oder? Versuch mal. Ich stand vorne auf der Kugel hier drauf, deswegen. Ja. Auch deswegen. Ja. Ja. Aber sonst, ich könnte vielleicht klippen. Bleib da? Hm? Aber sonst, ich könnte vielleicht klippen. Du willst schon tiefer kriegen, oder? Nein, auch. Ja. Gib mir noch ein... Ah, was brauchst du, Gänster-Mopo? Zeige Luft drum, oder was? Level-Header. Okay. Krass. Ja! Sehr gut! Nein! Nein! Nein, ist egal! Ja! Ja! Juhu! Bi-Bidi-Bab. Bi-Bidi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi. Ok, hier war auch wieder so eine blöde Kugel. Ach nee, ist wieder eine Brücke. Oh, warte. Achso, kommen wir rüber ohne das Portal zu benutzen. Um das Portal kaputt zu machen. Wenn nicht... Ah, über dieses Gelände? Nee. Hä? Ah, warte, ich weiß, was wir machen müssen. Kannst du die Brücke da so schnell durchmachen? Da muss ich... Kannst du das irgendwo hinpappen? Ah, da oben! Dann nehme ich sie in Fliegel. Oh, äh... Ok, ich möchte ran. Was ist passiert? Nee, die ist viel zu weit. Ist die zu weit? Ja, nee, ich glaube das Rote ist noch nicht. Weil... Die kommt viel zu weit hinten an. Also hier hinten habe ich gar nicht. Aber... Wenn ich die... Warte, wenn ich das... Warte, die geht da... Ach, grad ist sie auch gar nicht ins Gelbe geflogen. Nee, also wenn die durch das Gelbe kommt und das Rote fliegt. Komm ich halt auch nicht auf die Brücke dort. Das ist... Blede. 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 Blede ist es. Blede ist es. Blede ist es. Kannst du das... Blede. 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 Kann man die nicht einfach hier so wegnehmen, wenn die jetzt hier... ... zum Fall kommen? Blede. Du hattest ja gerade, äh... Achso. Hier, dass diese Brücke hier ist. Nee, die bouncen ja da so rüber. Achja, scheiße. Mann, oh! Ich könnte es wechselstens versuchen. Das ist auch so perfekt. Wenn man hier drüben ist... ... hat man nicht diese möglichen. Äh... Und wenn ich... ... warte... ... warte... ... äh... ... so... ... wenn du es dagegen machst, dass ich schnell da trage... ... was funktioniert, meinst du? Was ich überlege gerade, weil irgendwie... ... ich überlege, ob ich, wenn ich die Brücke... ... die ist ja am Anfang hier... ... dass sie dann da runterkommt... ... aber das geht ja auch nicht. Ich muss ja noch irgendwas mit der Wand hier zu grün haben. Ah! Du musst... ... erst hier machen... ... und wenn es abgeprallt ist... ... dann musst du es da rüber tun, ja. Okay. Okay. Und jetzt werden dann... ... alles... ... da, 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 da! ... ah, ich bin soweit! Ich habe ihn. Nice! Yeah, let's go! Nice! Good job! Ob das Level damit schon zu... ... ach nee, jetzt müssen wir wieder, äh... ... CD... ... wer ist denn hier? Okay, so ready? 3... Yep! Schreiter! 3... ... 2... ... 1... ... go! Oh nee, das ist schon wieder so groß! Okay, hier ist eine 1... ... und dann hier ist eine 1... ... das ist ein Fass... Oh God! Exit sooo... Okay, ich werde ich werden. Gibt's hier irgendwie... ... was ist das so? Wir haben hier eine Brücke. Also hier auf meiner Seite gibt es eigentlich nur zwei Stellen, wo ich Portale lasse kann, glaube ich. Ah, und ich glaube ich weiß, wie wir es machen müssen. Okay, schieß los. Und zwar müssen wir uns über diese Löcherstellen dann da rüberschießen. Ja, okay, danke. Oh, nix. Oh. Was bin ich hier? Dass wir dann hier beide reinfallen? Aber... Ach, und dann fallen wir hier so beide schräg und müssen auf der Plattform ankommen, oder? Vielleicht? Ich habe das gerade versucht, das hat nicht so ganz geklappt. Sondern hier oben ist. Ja. Und sich runterfallen lässt, dann fliegt man über die Plattform rüber. Dann fliegt man über die Plattform rüber. Was man machen könnte ist, wenn... Wo baust du dann deine beiden Portale? Also eigentlich hier? Äh, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, okay? Ja. Du musst... Wenn ich jetzt sage, musst du... Ja. Hier ein Portal bauen und da ein Portal bauen, okay? Warte, 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 zeig nochmal wo. Da? Ja? Also bei der Brücke musst du sozusagen... und dann musst du genau da hin bauen. Ach, da wo du... Ja, genau. Okay, bist du ready? Äh, ja, warte. Das kann ich ja schon mal bauen. Okay, also wenn du jetzt sagst, dann setze ich hier mein anderes hin. Okay, jetzt. Okay, es hat nicht geklappt. Das war's nicht. Oh, oh Gott. Nein! Oh, knapp. Oh. Wer baut denn sowas auch? Vor allem, wenn die einfach diesen einen Stahlträger da mitgelassen hätten, würden wir easy runterspringen können. Aber nein. Na, vielleicht krieg ich hier jetzt weniger Schwung. Aber du bist ja... Du... Aber wenn ich gleichzeitig... Du hast so viel Schwung, ne? Mhm. Und wenn ich... Theoretisch dann dieses Ding... Dass das halt hier so schräg hochkommt... Dann würde ich davon vielleicht aufgehalten werden? Hier, dass du dagegen knallst? Und ne. Das hab ich ja... Das hab ich ja vorhin versucht. Das hat nicht geklappt. Achso, okay. Das hat es schon. Okay, ich hab... Das... Das ist ne harte Nuss. Und ihr nur anders kann mein... Oder irgendwo anders kann mein... Harte Nuss. Oh, Entschuldigung. Ich kann nicht gesehen, wenn du fest bist. Amtlich! Irgendwie kann man hier nicht so viel machen. Das war Türkei. Das hat irgendwas mit dem da oben. Das ist der Einzige, der irgendwie... Mit welchem? ...sieller ist. Oh nein. Haha. Ich hatte mal hier, ne. Ich steppe erstmal bei Leben. Irgendwie, das kann er... Also hier, es gibt echt fast nichts zu machen. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. So, du bist jetzt so... Du kannst da rein, wenn du das mal rauskommst. Du kommst ja... Also wenn du hier so schräg hüpfst, kommst du ja quasi genau hier irgendwie an, ne? Du kommst ja genau auf den Kiffen. Ja, genau. Da komm ich jetzt hier auf dieser Plattform. Also, fanden wir jetzt auf der Länge. Ach, 나는 das mal auf der Länge. Ich werde das mal auf der Länge wegkommen. Und dann ... Ich werde das mal auf dem Länge wegkommen. Das ist halt natürlich auch in der Länge. Und dann? Ach, dass du nicht mehr da nicht 1975 unterdessen hast. Mann, man ist dem Ziel so nah. So nah und doch so fern. Aber warte, wenn wir das, wenn wir gleichzeitig, das exakt gleichzeitig machen, würden wir dann nicht in der Mitte an der Prallen und Router fallen? Mach mal die Wand weg. Welche? Die Brücke weg, mach mal die Brücke weg. Wow. Cool. Aber meinst du, wir kriegen das hin, dass wir exakt gleichzeitig in die Fallen? Achso. Weißt du, und dass wir dann gegeneinander crashen? Oh ja. Und dann fallen wir beide auf die Plattform. Das ist... Ja, das kriegen wir hin. Hab ich gerade einmal die Lösung gefunden? Ja. Ich glaube schon. Okay, dann gehe ich auf die 1 und du gehst auf die 2, okay? Du kannst ja schon mal deine Portale setzen. Okay, aber dann muss... Warte, 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 warte. Äh... Was, ich gehe auf die 1? Nein, du gehst auf die 2. Du gehst da und da. Okay, bist du ready? Oh Gott, oh Gott, ich höre. Äh-hä. Okay, dann los geht's. Okay. Bitte, bitte. Ja. Ach. Ja, wirklich. Falls auch das die Lösung war. Yay. Komme. Ach, komm. Wie hart ist, sagt er das? In Kürze wird das Wort Blah fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Blah hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitscode lautet 5, 3, 3, 4, 1, 8, 10. Ist der wichtig... Ja, wie jedes haben wir ja irgendwo nicht. Ich glaube, sie findet es einfach nur so scheiße, dass wir die CDs finden. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Ja, ich auch nicht. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen habe. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere... Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Ich muss noch ein High-Five geben. Warte. Warte, warte, äh... Drei, zwei, warte, haben wir eine neue? Wir haben eine neue. Unten links. Du bist neu. Ja, zwei, zwei, eins. Und du gibst mein Pet-Pet. Okay, aber der High-Five geht schon noch. Drei, zwei, eins. Oh, das war das Falsche. Ah, ich habe das Falsche genommen. Drei, zwei, eins. Yes. Okay. Wenn wir angekommen sind, dann tanzen wir noch eine Woche. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Mal her. Ach, da wird man so hochgewirbelt. Ja, wir tanzen jetzt. Bist du ready? Ja. Drei, zwei, eins. Dance time. Oh ja, die Welle war wieder sehr gut. Dinge wirbeln einen hoch. Ach dann. Orange, mach dich nicht lustig über Blue. Okay, mach dich nicht lustig über Blue. Sorry. Weiß, ist das chillig, diese Dinger. Oh, bleib, bleib, geh nicht raus, geh nicht raus, bitte. Ja, ich bleib hier. Oh, warte. Ich weiß, was ich zu tun habe. Okay. Äh, okay. Okay, kannst jetzt runterspüren. Also, du zeigst die Runde. Oh, äh. Wow. Ich habe mich ein bisschen informiert und herausgefunden, dass Orange und Verhinder auf derselbe Zeit zum zerlegen. Hallo? 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 Ah, okay. Es wäre sinnlos, Blues Gefühle zu verletzen. Doch wer sich den Test genauer ansieht, merkt sofort, wer hier der eigentliche Held ist. Ah, danke. Ah, ha, ha, ha. Das Gäste. Sie hat euch und... Ich bin nicht gewohnt von den... Weißt du, warum ich das so gut kann? Ha? Level-Upsit zu gännen. Ah, ha, ha, ha. Oh, 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 no. So. Okay, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwas da oben machen. Da oben ist schon wieder so ein Scheiß-Laser und ich nehme mal an, wir kriegen hier wieder so ein Spiegelzieleck. Und die Jäger, wenn ich hier draufsteht, dann... Kommt da... Was kommt da? Was bist du denn? Ach, da geht es auf. Ah, was? Machst du? Ja, 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 ja. So, ja. So, du musst... Hallo? Nee. Wow. Setz am besten... Kannst du es noch weiter rübersetzen? Ein bisschen? Ah, was passiert hier? Geh mal vom Knopf runter. Ah, du... Ähm... Du musst ja hoch, oder? Ah, ich weiß, was ich machen muss. Um den Dings zu holen. Ähm, ähm... Du spielst du dein Portal dahin und dahin. Dahin? Ah! Uuuuuh. Ich mach das. So, jetzt musst du auf den... Ähm... Ähm... ... ... Die ist du noch auf den Knopf dran? Ja, auf den... Ja. Auf... Du meinst hier auf die... Auf die... Auf die... Schaff ich das da drüber zu lecken? Ja. Ah, warte. Nee, sonst war es nicht. Bis jetzt. Oh, das ist noch mal auf. Sorry, ja. Ah, jetzt, sehr gut, ja. Hast du ihn? Na, er liegt hier unten. So lange er nicht wegrollt, ist wichtig. Ne, hier ist er relativ sick. Und der muss jetzt da oben rein. Hier. So, und wenn du dich wieder da reinschießt, kommst du da rüber? In den Strudel? Ne, ich glaube, wenn ich ihn dann zurück würde, würde ich ihn nicht wirken. Okay, warte, dann kannst du... Ne. Irgendwie muss der doch da rüber. Oh no! Oh. Hey, neil. Hattest recht, Orange. Blue war blöd genug, in deine Falle zu tappen. Ahaha. Hast du das gehört? Schon fies. Kannst du... Äh... Ja, genau. Ja, aber erstmal musst du mich, äh... wieder da... Erstmal musst du mich wieder hier hinbringen. Also... Da, Portal und da. Ja. 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 Setz es um. Oh. So. Okay, jetzt ist der Ding schon mal im Strahl. Ähm... Kannst du... Nee, scheiße. Kannst du von dir aus die beiden Portale setzen, die ich gerade gesetzt habe? Nee. Also hier, das Rote kommst du nicht ran, oder? Nee. Ach, du kannst ja gar nicht durchschießen. Nee. Warte, und wenn du... Geh mal auf den... Ja, wenn du hier an die Seite bist... Geh mal auf den... Können wir des Höchstens an die Wand bauen? Nee. Und dann fliege halt wieder rüber. Äh... Na, da links ist halt auch nichts. Also ich muss auf jeden Fall, ähm, auf die Rückseite, die du halt nicht siehst, eins machen. Komm mal rüber zu dir. Also ich muss auf jeden Fall, da drüben auf die Rückseite ein. Damit der da in den Strahl geht. Ah, ich hab... ich hab die Idee. Ich hab... Doch nicht. Egal, erzähl... erzähl trotzdem. Musst du irgendwie rüberkommen? Also, ich muss rüberkommen mit dem Portal hier gesetzt. Und dann musst du sozusagen hier ein Portal zur Portal setzen und auf der anderen Portal, dass es dann sozusagen hier durch geht. Ja... Weil dann setze ich nämlich hier das Portal mit dem Teil, dass hier sozusagen das Strahl so rüber geht. Gehen wir nicht. Aber wenn du das da hinsetzt, geht dir das weg, sobald du hier durchschwebst. Das ist ja das Problem, ich komm hier nicht rein, ohne dass ich das hier unten verliere. Warte. Warte, aber ich kann? Und du kannst... Nee, das ist auch... du kommst ja hier nicht... äh... nicht durch, dass du das Orangen-Schniffen ersetzt, oder? Kannst du durch Glas ein Portal setzen? Was war jetzt mit genau an der gegenüberliegenden Bands? Was war jetzt mit genau an der gegenüberliegenden Bands? So, äh... äh... warte, und wenn nicht? Ist gut. Mano! So, jetzt brauche ich... jetzt brauche ich dein Hellblau, bitte. Warte, ich geheiß es, glaube ich. Ja? Äh, mach... mach den mal ein bisschen weiter links. Noch ein bisschen mehr. Oh, so weit links, wie es geht. Aber der... Ja, okay, jetzt sei der Ball da stuck, ne? Haha, warte, und wenn? Der bricht ja sofort ab, sobald ich jetzt das Portal umsetze, oder? Mhm, ja. Äh, aufzieh. Wobald ich was umsetze, da bricht der auch sofort. Ja, ja. Ähm, ähm, ähm... Ah, ich wollte es nur mal probiert haben eigentlich. Das hast du genau richtig vorhergesehen. Schau! Sie liebt mich einfach. Ich hätte doch gerade gesagt, du, das hast du genau richtig vorhergesehen. Ja, aber ich wusste, ich werde sterben, aber ich habe es trotzdem. Okay, okay. Also, du musst dann... Boah. So, ich fliebe doch hier oben. Ich kann den Ball callen. Ja. Ich kann den Ball hier rausschmeißen, dass du dann bei uns... Kann, aber... Wenn der, wenn der hier unten liegt, könnten wir ja versuchen... Nee, ich kann nicht auf den Körper springen. Meiner. Was kannst du? Das ist zu hoch. Achso, was? Ich kann... Ich kann nur den Ball drüber. Ja, aber wenn du... Hau den nochmal runter. Kann nur den Ball. Da ist... Nee, da ist ja gar kein Gegenstück. Äh... Kann ich da rein springen? Ja. Okay. Aber... Den Ball brauchen wir ja, um diesen Laserstreit zu unterbrechen. Ja, ja, genau. Nee, ich überleg bloß gerade, ob man zum Beispiel in das Katapult springen könnte mit dem Ball und wenn man den loslässt, dass der vielleicht hier in diesen Strudel da rein links und dann könnte man halt das Portal da hinsetzen und dann husch. Aber eigentlich doch so. Schau, wenn der da und dann... Nee. Ich hab den gedrückt und er hat ihn dann nicht losgelassen. Hat ihn nicht losgelassen, ach. Ja. Soll ich sonst einfach mal oben den Ball holen und du guckst, ob dir irgendwas anderes einfällt? Alles klar. Vielleicht fällt hier auch oben... Vielleicht fällt hier auch oben was anderes ein. Haha. Ich schau mal. So. Gott. So. Warte. Und wenn... Jetzt du den Ball rein. Ich hab's... Tu den Ball rein und komm raus. Jetzt musst du einfach nur runterkommen. Ja. Da ein Portal setzen. Und... Da haben wir es geschafft. Ahh. Die Tür war offen damit... Na schau. Sehr gut. Ausgezeichnet, ihr macht euch beide sehr gut. Kam gerade wirklich einfach nur ein Lob? Ich wurde gerade fett gelobt. Hä? Was hat sie bei dir gesagt? Warte gleich. Blue, Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Tja, das stimmt. Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Was? Warum wird mir die jetzt 75? Was hat sie dir gerade gesagt am Ende vom Level? Dass du mich unwitzig hießt. Was? Mir hat sie gesagt, ihr habt das sehr gut gemacht. Geil. Da ruckelt alles so. Oh, guck mal, das ist ein Fiesbärm. Was ist das? Oh nee, nicht noch mehr Bänder, ich lasse. Nichts, wir werden nur von Blados. Sie manipuliert uns, ne? Okay, wir müssen zusammenhalten, wir dürfen uns nicht hier entzweilen lassen. Aber nicht vergessen, dass ich hier lieblings bin. Okay, hast du es hier schon entdeckt? So. Okay, bye. Ja, das fällt mir auch nicht, ne, als ich hier oben bin. Ich glaube, du musst irgendwie, dass es hier rauskommt. Und dann klappst du das aus. Damit du dann irgendwie hier... Das macht auch Sinn, aber wir müssen erstmal hier hochkommen. Gut. Jetzt müssen wir da hochkommen. Nee, weil sonst kommen wir ja nicht in den Strahl rein. Und einer muss erstmal hier auf dem Knopf auf jeden Fall drauf bleiben, damit es ausgeklappt ist. Und der andere muss dann den Würfel holen. Ja. Ja, ja. Warte, wo kommt der denn? Ach, der Würfel bleibt dann dort. Seit wann ist eigentlich diese große Presse da unten rausgekommen, davor war diese tolle Wand? High Five! Wir brauchen High Five übrigens. Zeit, okay. Werden wir das schaffen? Drei! Zwei! Eins! Yo, wir schaffen das! Woo! Hey! Okay, also wir müssen erstmal in den Strahl reinkommen. Warte mal. Ähm. Schießt du das rote Portal dahin, wenn ich da durchgehe? Du musst halt ganz schnell sein, okay? Okay. So ready? Warte, warte, wo bist du denn gerade? Hier unten. Mach einfach. Ah, dann. Sei einfach bereit da das rote Portal hinzuschließen. Okay. So ready? Ja. Und. Los. Ah, okay, 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 okay. Der ist doch zu langsam. Ja, ja, ja. Warte noch mal. Vielleicht schaffen wir. Vielleicht, ich weiß nicht ob es das so richtig ist, aber vielleicht ging es hin. Warte, warte, warte. Ich kann ja deine Perspektive anschauen. Ja, ja, okay. Schau mal meine Perspektive an. Ja. 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 Nice. Jetzt haben wir schon mal LQs. Ja. Jetzt haben wir es ja quasi gewusst. Warte mal, kann ich das nochmal machen? Ja, und jetzt, also ich mach das nochmal und dann machen wir es einfach in umgekehrten Rollen, oder? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Okay, guckst du? So. Ups. Oh. Ich weiß nicht, ob das die Lösung war, die sie sich eigentlich gedacht haben, wie man das löst, aber... vielleicht haben wir einfach... Ne. Warte. Äh, da und ich mach den da. Genau, und ich guck mir jetzt dein... warte mal. Wie guck ich mir nochmal dein Ding hin? Mit tappen. Ja. Okay, ich bin ready. Ja? Okay, ich geh rein. Ja. Mega! Doch, ich glaub so haben die sich das schon gedacht. Ja, aber warum... für was ist denn das hier oben? Ja, das war voll unnötig. Haha, stimmt. Vielleicht. Ja, stimmt. Ich glaub wir haben das Video bisschen anders gelöst, als das gelöst wird... Ach, keine Ahnung. Wir haben Glädes geknackt. Geil. 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 Okay. Nein, sag jetzt hier. Äh, übrigens, äh, Patrick hat, äh, uns seine Hilfe angeschaut. Ich habe leider den Anfang verpasst. Aber danke, wir kriegen es ja auch ohne. Ich erzählte gerade der Montageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Boah, hat er das denn angeboten? Wir denken, es reicht. Hat gesagt, ihr macht es ganz toll und falls ihr meine Hilfe brauchen sollt. Wir brauchen deine Hilfe nicht, Patrick. Haha. So. Wir müssen da hin. Du hörst es schon. Wir müssen jetzt mal dein Portal da hin und nicht da hin. Ach da, als ob es das schon war. Ja, ne, da oben brauchen wir noch irgendwas. Wir können erst mal gucken, was man da oben braucht. Ach so, ja, klar. Also wir brauchen hier auch einen Leiser. Oh, ich hasse den Leiser. Patrick soll sich lieber um seine 4 bei GTA-Aktem machen. Was soll er? Ich um seine 4 bei GTA-Aktem machen. Okay, wenn ich jetzt, ähm... Oh, Patrick hat mir grad nochmal geschrieben, dass wir das echt gut machen und er sieht, dass wir seine Hilfe nicht brauchen. Sehr nett. Danke, Patrick. Das ist süß. So, warte, wir brauchen... Aber wo... Was ist überhaupt für ein Bild? Ähm... Mach mal hier dein Portal hin. Und da hin. Und da hin. Ja, an der Wand links daneben. Damit wir da rüber kommen. Ah, da ist der Laser? Ja. Ist das hoch genug platziert? Mhm. Mhm. Ich komm mal mit. Oh. Okay. Da ist ein Wüffel runtergefallen. Aber der ist nicht in das Ding gefallen, oder? Nee, schade. Ah, das ist der Laser-Abstrahltwüffel. Den müssen wir hoch bringen, damit wir grad dahin das hinstrahlen können. Ja. Ja. Ähm... Okay, komm... Kann ich hier zurück? Kann ich hier gegen den Strom schwimmen? Ja, du kannst einfach runter springen. Okay. Also einfach runter. Hier ist der Sprungplattform. Ja. Okay. Dann rück ich mal. Dann bleib du mal hier oben und drück den... Na! Och, das war knapp. Bleib du hier oben und drück einfach mal den Knopf. Wann? Jetzt? Drück mal. Ich glaube, ich muss ihn in dem Flug gefangen. Okay. Ah, ach du Scheiße. Okay. Drück ihn jetzt. Okay, das war... Ja. Drück ihn jetzt. Ja, ganz knapp. Drück ihn jetzt. Yes! Copy. Nice. Jetzt muss ich nur zu dir hochkommen. Ähm... Wo war das nochmal? Hat sich das... Jetzt wird da dein rotes Portal hin. Bisschen weiter runter noch. Und dann setzt es einfach immer weiter höher. Ganze... immer... Warte, jetzt kann ich doch... Ah! Ach shit! Warte. Ah ja, okay, 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 okay. Ah! Warte mal, ich kann einfach in mein blaues Portal gehen. Dann komm ich bei dir oben raus. Was ist das blaue? Ach dein... Du hast dein... 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 dein rotes Bisschen zu weit rechts. So? Und das gelbe tust du jetzt einfach da... einfach da oben hin. Come in! Hello! Hello there! Hello! Warum ist es kaputt gegangen? Was ist kaputt gegangen? Warum ist gerade der Würfel einfach kaputt gegangen? Hä? Recht. Okay, aber wir machen das aber nochmal machen. Oh, okay. Weiß nicht, ob das Intentional war. Okay, bist du ready? Yes. Sag mal gescheit. Sag einfach los. Ich oder du? Du, du. Achso! Und los! Okay. Nochmal. Und... Los! Geh, nochmal. Und... Los! Das sieht echt schön aus, wie du immer sehr knapp an den Würfel. Nochmal. Und... Los! Los! Okay, ich hab die Plattform verpasst. Äh... Los! Ey, jetzt kommt's von vorne aus doch geschafft, ey! Und... Los! Wahrscheinlich so ein, ein, ein... Ah, halt nicht. Jetzt! So, wenn der Würfel jetzt einfach wieder kaputt geht, dann... Ich hab ihn gar nicht gesehen. Was war jetzt an welcher Stelle ist er jetzt? Okay. Und keine Ahnung, wo noch mal kaputtgegangen. jetzt müssen wir wieder rüber zu uns im eingang ich weiß gar nicht mehr wo der laser ist der laser muss zum eingang so jetzt mal auf da beim total setzen und und da aber ich glaube das wird mich in Verzickrung versetzen So Wir haben zu viel weg bald, dann werden wir es durch Was hast du gerade zum Schluss gesagt? Das war wieder abgehackt Wir haben es bald geschafft, auf einen Lamp Ne, fünf von neun, okay Also wir haben noch nicht mal die Hälfte, aber Ne, aber wir haben ja schon drei andere Lampel gemacht So, drei andere Stufen Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Dinge, wie es insgesamt überhaupt gibt hier im Koop Ich glaube vier, weil vorhin habe ich nur vier Dinger da gesehen Vorhin sogar noch Geil, so Oh Gott, es ist rot Das heißt, dass es dann anders wäre Ach, geht es in die andere Richtung? Yes Oh Gott Also Ich will ja nicht sagen, dass mein Gehirn mittlerweile Matsch ist Dein Gehirn ist mittlerweile Matsch? Ja So Um die Uhrzeit Hier, du musst jetzt gleich wieder auf, du musst gleich auf das Feld gehen, dann wenn ich wieder zurückkomme Geh mal auf dieses Okay Ich glaub einfach hier Geh auf den großen, helft den großen Knopf Oh der Knopf Komm es weg Come and home Coming home Coming home Come and home Oh ja Und Gönn Tag Ah, nicht wunderbar ha 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 es war noch irgendwie dann überkommen da oben was ist denn das für ein knopf da würfel rein okay warte kommst du da hoch kommst du da rein ich warte gut gemacht nur zur klarheit ich fragte orange gerade ob er dir vertraut ich vertraue dir du bist mein lieblings test subjekt das ist ein trickshot wow wie sieht einer aus du bist nicht am breakdance schau mal ich mach yoga und dann BAM Hi oh 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 E oh oh H du 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 wirst du du Nein, ich will nichts sagen, geh mal darüber, weil wenn wir nicht darüber gehen, dann sterbe ich. Ja, ich glaube eher, du machst gleich das Portal weg, damit ich sterbe. Nee, sowas war hier nicht. Alles Lügen, glaube hier nichts. Oh Gott, ich werde hier gleich echt, hier ist dieses Stachelding. Dieses Stachelding. Ah, ja, gut. Da musst du, glaube ich, ein bisschen schneller sein. Mit dem Portal setzen. Du schaffst es dieses Weichen, aber ich glaube nicht. Hä, aber wie soll ich denn da schneller wegkommen? Genau. Komm da ja nicht schneller weg. Also, weißt du, ich werde da ja immer lang kommen. Warte, kann ich hier rüber? Ha 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 ha. Was war das denn für ein Lacher? Ha 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 ha. Das fand ich gerade echt schlau von mir, dass ich das direkt hingekriegt habe. Das war wirklich sehr schlau. Danke. Ich habe, ich habe sie nicht oft, aber ich habe meine nicht. Ja, Orange, wir sind allein. Blue hört dich nicht. Furchtbar, wirklich. Böse kleine Maschinen. Oh, nein. Oh, sorry, ich wusste nicht, dass du schon drin warst. Wo bist du? Kommst du da jetzt lang? Kommst du hier hoch? Warte, mach es nochmal zurück. Hä, ich muss das noch gar nicht drücken. Jetzt musst du wieder drauf. 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 Und schon bin ich da. Let's go. Fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Ich habe es schon wieder nicht gehört, es waren wieder abgehaktes. Ich habe es schon wieder nicht gehört, es waren wieder abgehaktes. Testen wir weiter. Ich habe gesagt. Wird keiner von euch den anderen übertrumpfen, als wählt ihr nur Maschinen. Ja. Wird mal feiern jetzt. Wird hier fall nicht frech an. So. Ähm, was ich gesagt habe war, wenn wir uns so die ganze Zeit schlechtreden, warum dancen wir dann so rum? Ich glaube, hier spielen jemand mit uns Mindgames. Mhm. Was passiert, wenn du dich auf den Knopf da drückst? Äh, da wird es wieder umgekehrt quasi. Okay, mach das. Stell dich mal drauf. Aber... Ist hier noch eins? Oh. Okay, bye. Und... Und... Und liegt da, das eine fällt, das eine das Portale und das andere. Wo? Wo das andere? Und da. Ich sehe gar nicht. Ja. Direkt vor dir. Hä? Hier oben? Ach! Hä? Da war gerade so ein, ich kann nicht durchschießen Teil. Ja, hier schon. Das bringt ja für Newt bedingendes Problem mit mir abgeschnitten. Und ich sehe nur die... Ah, jetzt sehe ich die neuesten Nachrichten auf. So, und du? Ähm... Das ist ne andere Frage. Warte, ich geh nochmal kurz raus hier. Naja, du geh das weg. Ähm... Was kommt denn da hinten raus? Ach, das klappt, das klappt das da runter und wir müssen... alle finden Gladus toll. Na holy cow! Bis man von hier umgebracht wird. Ähm... Wenn ich mich soll ich mal probieren, dass ich mich auf diesen Kreis stelle und dadurch das Ding runter geklappt wird und du da drauf landest? Was klappt das runter? Also wenn du dich hier auf diesen Punkt stellst, da hinten dann klappt das hier ja runter Aber wie kommst du da hin? Ja, das kriegen wir jetzt raus Wahrscheinlich warte, wie ich es Hier Achso, nee, Moment Äh Wo kommt man in den Strahl überhaupt rein? Das ist halt die große Frage Du warst auch noch gar nicht im Strahl drin Äh Okay, ich geh nochmal raus User disconnected from your channel Ist du noch da? Ja Ja Ist halt irgendwas für diesen Aber Aber Okay Du warst das Blue Tu mich so stolz Wo bist du gerade? Ab Warum stehen hier auf dem Fett drauf, dass dann Würfel runterfällt? Wo steht das? Hier Was haben wir denn? Guck mal Oder man kann Würfel drauf Ah ja Da muss ich drauf Aber schau mal, was ich auch nicht checke Ist Also sobald du dich drauf stellst Ist ja auch dieses blaue Feld Ne? Wenn du runter gehst, ist es weg Das ist wahrscheinlich für später Das wenn du dich dann durchschießt Dass du direkt Ach, dass der Würfel wahrscheinlich direkt unten landet Oder so Okay Die Plattformen sind noch nicht so aufgelegt, dass man sich sehr gegenseitig blockieren kann Achso, nicht so wie vorhin quasi Ne 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 Ja theoretisch müsste man doch Wie kommt man denn überhaupt erstmal in dieses Ding rein? Ich schieb es Man kann ja auch nicht hier hoch Man kann Das freu dich nicht ab Wir wissen ja, dass wir später von hier Da hoch müssen wir diesen Kummischen Kudel. Ja, ja. Problem ist, wenn du hier drin bist, kannst du halt nur hier oben ran schießen. Da. Jetzt hüpf mal auf die andere Seite. Ne, bist du schon? Ne, du bist hier. Hi. Ich hüpf mal auf die andere Seite. Wenn du auf die andere Seite hüpfst, kannst du halt versuchen, ich weiß nicht, hier ran. Wo? Da? Welche? Ich weiß nicht, schieß einfach erst mal da ran. Weil was anderes kannst du ja nicht machen. Theoretisch. Oh. Ja, okay, du kannst auch schärfen. Das funktioniert nicht. Hast du gerade auch die Ansage bekommen, dass du dich wie ein Dummkopf benommen hast? Ja. Entschuldigung. Nein, ist okay. Ich weiß es. Ich weiß es. Siehst du, manchmal muss man sterben. Ja. Oh. So. Hä? Nein, da ist so eine Plattform. Ne, ne, passt schon, passt schon. Jetzt musst du den gewürft. Geh auf den Knopf. Geh auf den Knopf. Ja. Auf den Knopf. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und dann? Da bin ich jetzt schon agiert, ja. Und jetzt? Und jetzt? Ah, guck mal. Ähm, warte, dann geh ich jetzt mal hier raus, ne? Ja. Ja, geh mal raus. Jetzt kann ich hier oben ein Portal hinsetzen. Jetzt kannst du da ein Portal hinsetzen und da hin und dich hoch fließen. Dann kannst du da hoch. Ah, oh Gott, ja. Also in der Theorie klappt es gesund. So, nochmal. Ja, ja, ja. Buh. So. Das kannst du da oben noch so machen. Ähm, ohne dich. Warte, ich kann. Also hier falle ich in diesen Hügel runter. Also hier oben ist nix weiter. Du kannst ja mal in meine Sicht, so. Hast du irgendein Portal oder so, was du sitzen kannst? Ähm. Nee, hier ist gar nix. Okay, du musst das jetzt auch in... Die Frage ist, wie komme ich hier weg ohne zu sterben? Warte, ich kann ja... Ich kann jetzt, wenn ich hier runtergehe, ist ja wieder so... Warte, ich kann hier... Moment. Kannst du da reinhören? Ja. So, wo willst du jetzt hin? Theoretisch könntest du halt da, aber dann wird sich dein Ding ja wieder aufgelöst. Fuck, jetzt will ich... Sobald du da rein... Ah, nee. Ich kann ja auch mal Portal nicht da reinsetzen. Du bist jetzt dort gefangen. Warte. Klar, ich weiß es. Geh rein. Ah, weg. Hallo, sehr. Let's go. Also, ich hatte eine zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen, euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Eure Gehirne sind zu wenig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Hey. Das ist der letzte Test der Standardstrecke. Extra für euch. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Yeah. Ich freue mich immer über die kleine Herausforderung. Wir hatten ja... Okay, da unten ist wieder der Strudel. Wenn wir da drauf gehen, dann dreht er sich wieder um. Okay. Gut. Da ist auf jeden Fall der Ausgang. Und für den Ausgang brauchen wir einen Cucumber. Da müssen wir doch irgendwie da hochkommen. Ach, da ist auch so eine... Hier müssen wir erstmal rüber, glaube ich. Springen wir in den Strudel und gehen mal rüber. Okay, ich warte mal hier. Kommst du da durch? Nee, du musst... Also entweder du magst die beiden Portale. Ah, ja, ja, klar, klar. Ich geh durch. Geh durch. Hallo, wir schlagen uns nicht nur super, wir schlagen uns... Oh Gott. Extrem super. Wir sind wieder... Warte... Ich kann hier recht gehen. Gar nichts machen. Ja. Kannst du da nichts machen? Also ich kann... Doch, ich kann... Warte. Komm raus. Ich kann hier ein Portal hinsetzen. Ähm... Kannst du das Portal nochmal hier rüber lenken, dass es hier reingeht? Yes. So, und dann kann ich... Hier und hier. Ich lasse uns mal hier hochtreiben und hoffe... Vorsicht, Zack. Du, das wärst du in den Stahlhaus gehen, ne? Wenn du so vorne gehst. Ja, aber dann, äh... Hier ist ein Spiegler. Ich hab bloß... Also hier ist noch ne... Dings, aber wenn ich... Ah, natürlich. Du musst... Setz dein rotes Portal hier hin. Hier? Mein rotes? Aber das ist von mir weg. Ja, aber jetzt musst du... Das musst du ja richtig timen, weil dann... Dreh ich den Stuhl um. Bist du bereit? 3, 2, 1, los. Ja. Ah, nice. Ja, gut. Ja, ja, sonst gehst du halt wieder raus. Hä, aber will ich das nicht? Was muss ich denn hier machen? Du musst... Du musst... Runter droppen und da dann ein Portal setzen. Aber wir müssen das richtig timen, weil sonst wird es nicht zerquetscht. Hä, aber ich kann hier doch nirgendwo ein Portal setzen. Also ich kann hier doch nirgendwo hin. Ich kann unter mir kein Portal setzen. Ach da. Ach da. Ach da. Oh Gott. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal auf meine Sicht. Ah ja. Hier ist das Portal. Ja. Und da musst du sozusagen runter. Welches muss ich denn da hinsetzen? Das rote, ja. Das rote. Oh Gott. Okay. Mhm, mhm. Also wenn ich möglichst in der Mitte von den Dingern bin, setze ich das rote dahin. Hm, ja. Und du musst auch warten, bis ich jetzt sage. Okay, ich warte einfach, bis du jetzt sagst. Jetzt. Nein, 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 nein. Okay. Das war zu langsam. Boah. Aber wir sind ja dann hoppen schon mal rüber mit dir da. Aber warte, wenn ich dann dort bin, was passiert? Ach, und dann muss ich hier, hier so rüber? Mhm. Boah. Und da kann ich ja nochmal zerquetscht werden. Verquetscht werden. Ja, das wird ein spaßiger Spaß. Das erfordert sehr viel Konzentration. Warte, was für ein Spiel wird hier gerade... Was? Welches Spiel wurde im Chat angekündigt? Ich kann es gerade nicht angucken. Chat? Ja, im Chat. Okay, bist du bereit? Drei, zwei, eins. Warte, 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 warte. Ich war nicht bereit, warte. Ja, bereit. Drei, zwei, eins. Oh, okay, alles nice. Warte mal, jetzt fliegest du wieder zurück. Ähm, wenn ich jetzt sage, dann mach mich. Ich sage es jetzt einfach extrem früh. Ja. Ja. Äh, ne, lass es. Jetzt. Bin ich da? Ja. Oh, oh, oh. Das wird perfekt. Oh, Traum. Nein, 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 nein. Was? Ah, das bist du nicht zu... Warte mal, das... Ach, ich hätte warten müssen. Hätte ich einfach warten müssen. Ja, ja, ja. Muss ich halt nicht gegen irgendwas? Ach, ne, da stoße ich gar nicht gegen irgendwas. Ich kann da bleiben, oder? Ne, das kann ich eigentlich auch steuern. Mach das einfach genauso wie hier und ich gehe dann auf den Knopf und du fährst dann erstmal runter. Und dann steuern, mach ich das. Da musst du halt den Trug geliehen. He, he, he. Okay. Warte mal. Ready? Ja. Drei, zwei, eins, los. Yes. Und los. Äh. Nee, doch nicht. Nee. Sorry. Alles gut. Warte, ich verkackern auf den Knopf zu gehen. Alles gut. Hm. Jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Zeröffeter. Okay. Jetzt wird's was. Alle guten Dinge sind 238 oder so. Richtig. Richtig, richtig. Okay. Okay. Drei, zwei, eins. Und los. Los, los. Nee, nee, nee. Warte mal. Hältst du in deinenץ darfst du dich runter! Nein, 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 nein. Ich schaffe es euch immer aus diesem Ding raus zerfallen. Ich weiß es nicht. Ich kann da auch nicht dagegen steuern oder so. Ich dachte, Peter war ein bisschen strudel. Ja. Stark genug für mich. Boah. Und ich dachte, ich wär was Schwergewichtiger. Oh, ne ich bin ja größer. Und los. Los. Nein, ich hab's nicht getroffen. Okay, dann warte, dann warte ab. Nein! Okay, ich halte dich, ich halte dich. Oh, oh, bin ich drin? Bin ich drin? Ja. So, jetzt warte ich. Nee, mach's gleich noch, mach's gleich und mach's noch. Äh. Okay. So, jetzt? Naja, passt. Haha, diese Geräusche. Okay. Und jetzt? Ach du Kacke. Jetzt muss ich da drüben. Kann ich schon? Ja. Ja, da musst du nur, weil wir oben sind Stacheln. Ja. Nicht gesund. Ja. Oh mein Gott. Und jetzt? Muss ich hier raus? Warte mal, ich muss mich. Nee, guck mal. Bin ich jetzt? Ich muss wieder zurück, oder? Ich muss dann hier raus. Und hier den Würfel nehmen, oder? Hier. So? Warte. Kannst du nochmal zurück machen? Kannst du nochmal blau machen? So, jetzt muss ich hier raus. So. Jetzt kann ich hierzu würfeln. Kann das sein? Ah! Nein, 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 nein! Wer hat mich? Oh mein Gott. Hahaha. Oh mein Gott, mein Ernst. Hä, aber ich muss da zu den Würfeln? Ähm. Nee, es steht hier auf einer Plattform, oder sowas? Auf so einem Ding? Oh, oh, oh! Drehe mich um, drehe mich um, drehe mich um, drehe mich. Was hast du gerade gemacht? Ich war wieder in dem... Was ist das? Wollen wir tauschen? Sollen wir sonst tauschen? Naja, jetzt haben wir uns schon eingestellt. Ist ja irgendwie nicht so ein Safe-Point. Okay. Aber das halt... Also schau, ich bin dann quasi... Wir können aber gerne tauschen, wenn du da willst. Also ich bin ja dann hier oben. Und ich kann hier auf diese Plattform gehen. Und dann erschießt mich dieses Toil. Lass mich mal hochgehen. Lass uns tauschen. So, da ein Portal setzen und da. Let's go. So, okay, warte, ich hab nicht gewusst. Oh, jetzt hibst du rüber. Warte, du warte, du warte, du warte, du warte, du warte, du warte. Warte, du warte, du warte, du warte, du warte. Warte, du warte, du warte, du warte, du warte. Oh mein Gott. Du musst es auch wieder andersrum, wenn du jetzt runter gehst? Nee. Du musst es nicht wieder umdrehen. Du musst es wieder zurück machen. Du musst es sagen, wann ich runter droppen kann. Wegen der Stanzer. Okay, du kannst... Du musst dich runter droppen lassen, wenn der Stanzer gerade wieder hoch geht. Aber der Stanzer ist nicht ganz zusammen hier. Doch, da unten. Der hier unten meine ich. Ja, aber da bist du ja noch gar nicht. Ja, aber ich muss die runter droppen, wenn der Stanzer... Aber ich kann dich doch durch vor und zu spiel halten. Ja, das kannst du ja tun. Okay. Also ich sag dir jetzt erst mal, wann du runter droppen kannst. Das war jetzt mal. Nein! Nein! Okay, mach mal. Ich brauch mehr Maten. Ich brauch mehr Maten. Sag, wenn du das Portal setzt. Ups. Jetzt. Droppen. Jetzt. Gut los, ne? Was? Setze das Portal unten. Ja. Nein! Du bist grad nach oben. Okay, das war aber das letzte Hindernis. Ja, wir haben's gut. Ja, wir haben's gut. Das macht bestimmt auch richtig Spaß jetzt hier zu schauen. Und ich freu mich nicht richtig. Geil, das war Spaß. Ich bin übelst da ab. Okay, du kannst droppen. So. Achter. Star Wars. Star Wars. Star Wars. I was absolut trash. Und hoch. So, schnell! Hoch mit dir! Jetzt da bei dem Pfeilen das Ding, bevor du oben ran kommst. NEIN! Ok, das kann man jetzt an beide Kaffe nehmen. Wenigstens. Vor allem das ist das vorletzte Level, ich freu mich schon sehr auf. Das ist es. Und du kannst. Und los geht's. So, jetzt nicht zu. Klopp. Ja! Aber alles rum, alles rum! Ja, 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 ja! Oh Gott sei Dank. So. So und jetzt geh aber nicht runter, because of the... Schießen. So. Ich weiß halt nicht. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ok. Sag an. Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, warte, ich drück, ich drück auf. Dann machen wir das. Mach mal aus. Ah! Ach, das ist kaputt? Nice. So. Jetzt hol ich euch zurück. Oh. Zieh uns zurück. Ja, coming on. Ganz toll. Niemand guckt sich einen Star Wars Film an, um zu sehen, wie sie auf irgendeinem Planeten so reich Viecher retten. Vor allem, wo musst du denn jetzt hin? Das ist absolut dämlich. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wo musst du denn jetzt hin? Welcher Horse will das denn sehen? Will Star Wars sehen? Und nicht irgendwie die... Beta-Organisationen. Ja, nimm mal den Würfel hier hoch. Ach, da. So. Kommt der hin. Ach, hier. Soll ich verwundern? Oh, komm ich jetzt hier wieder. Ja, das ist nicht witzig. Oh, ich kann ja auch ganz ruhig. Ach, und jetzt muss der da rüber. Oh. Kommen wir denn ab. Ja. Ich fliege da mal durch. Aber, was? Nee, das war auch nicht so ganz. Also wir haben jetzt diese blöde ganze Quest da drüben, mussten wir ja nur machen wegen dem Würfel. Ja, und wir sind aber immer noch nicht drüben. So, aber hier ist einfach nur Abgrund, oder? Ja. Da drüben ist auf jeden Fall eine Sprungplattform. Aber, die ist glaub ich dazu da einfach, dass... Ich fand ja nicht mal, dass ich das Gute anschauen ließ, das war halt nur so... Gesülze. Ich bin einig, das ist einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich dachte, ihr redet nur von Star Wars. Sehr komplizierte Geschichte. So ne G, wie wir da rüber kommen. So ne G, wie wir da rüber kommen. So ne G, wie wir da machen. Oh Gott, ich habe perfect 찍seln. Wir mit diesen tollen Würfelas bringt sie uns. Ähm. Dass ich irgendwas noch da drinnen hätte machen müssen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da ist ja auch... Aber es muss ja... Dieses schräge Ding... Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, das schräge Ding gerade zu machen? Wenn man das gerade machen könnte, wäre perfekt. Warte mal, kann das sein? Nee, ich hätte gedacht, wenn man sich vielleicht auf das Ding stellt... ...dass ich das gerade mache. Aber bei dem schrägen Ding ist... Da geht ja auch gar keine Punkte hin. Aber das schräge Ding ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Oder? Aber das Ding ist weg. Ich glaub gar nicht, dass das nicht umklappen lässt, weil sonst wäre ja da so ein Punkt... Ja, ja, genau, da wäre so eine Punkte-Linie jetzt. Ich denke, wenn bloß vielleicht... Aber... Hier oben, wo diese vielen Pfeile hinführen, da war doch aber auch nichts weiter, oder? Hier oben? Weil da die Pfeile so hinführen. Nicht, dass da irgendwas Wichtiges war. Oder noch hätte er reingemusst. Siehst du da irgendwas? Das ist nur eine weiße Blöche. Ja, ist schon klar, aber... Der Todesstern... ...ist wenigstens etwas, was man mit Star Wars verbindet. Aber wenn ich irgendwelche Reitertiere befreie von einem Casino, da denkt man nicht an Star Wars. Vor allem nicht währenddessen die Rebellion oder die Resistance auf der Flucht ist und kurz vor der Auslöschung steht. Was? Was? Was macht man denn hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe halt jetzt echt Angst, dass es irgendwas hier oben war, aber da kann man nicht sein, oder? Ich kann ja auch noch mal rüber swooshen. Ja, mach mal fix ganz schnell, oder? Ja, machen wir ja. Da war kein Ding. Jo, schnell auf Ibe. So komm, jetzt willst du fürs Try bitte. Und drop! Und drop! 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 Drop it like it! What? Nein! Ich glaube, wenn du dich irgendwie bewegst in dem Ding bist du langsamer, kann das sein. Ja, da hat er mich jetzt nicht gedacht. Nicht bewegen würde. Nicht bewegen würde ich werden. Und drop! Das läuft hier für Ferien. Schnell! 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 Sehr gut! Ach! Nein! 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 Faltes Portal! Faltes Portal! Lebst du noch? Ja gut. Ähm, warte. Kann ich da? Ich kann aber nicht hier durchschließen. Kann ich nicht irgendwo sterben? Und davon fragen, worauf die Snow Pieces hierher kommt. Also auf den Streaming-Potan. Und droppen! Sehr gut. So, jetzt bitte richtiges Portal. Ja! Schnell! Schnell! Yes! Schnell! Ich möchte nachrichten. Es ist einfach nur ein Loch. Jetzt guck mal, ob es da hinten noch weiter geht. Nein, da geht es nicht mehr. Das war nur die weiße Ding. Ehrlich? Das ist ein Gang. Das ist einfach nur ein weißer Gang. Okay. Schießt es nicht mehr. Das war einfach nur ein weißer Gang. Mach mal hoch. Warte, hörte. Sorry. Ich hab gefragt, wo kommt, wo denn die Snow Pieces hierher kommt. Okay. Läuft. Also ich wundere, dass ich dich ein bisschen mit dem Chat. Ja, ja. Alles gut, ich guck mal. Wo bist du gerade? Ja, okay. Nee, das war meins. Ich hab die Art of 4. Das musste ich mir drauf stellen. Aber, wir kommen wieder rüber. Bestimmt jetzt total easy, aber wir checken das. Ja. Sind wir da? Haha, hast du was mitgebracht? Guck mal, ich hab ein Roboter mitgebracht. Hey. So. Meinst du, der hilft uns jetzt hier? Keine Ahnung. Aber Schaden tut er nicht? Würde. Also nicht mehr. Doch. So. Hat denn irgendjemand irgendeine Idee? Würde. Jungs, helft uns mal hier. Ich wette, ihr habt es schon lange raus. Und lacht uns aus. Und jetzt sagt uns, wie es geht. Und dann haben wir es. Das bringt uns auch nicht weiter. Sonst... Was macht er dann? Dieses Ding ist so sinnlos. Ich check's nicht. Okay, den Teil können wir abschalten. Wie die Plattform hier unten ist, um nach oben zu kommen. Was die Plattform vor hat, ich weiß es nicht. Okay. Tali, Patent, Level 1, kein Plan mehr. Thanks. Ja, jetzt, falls Patrick noch zuschaut, jetzt kann er... Gerne mal hier. Der hat's ja anscheinend schon ernstlich gesehen. Ist okay. Ja, er ist ja dieser ganze... Ah, wenn ich da drüber nachdenke, kommt mir das Kotzen. So. So und so. Welche Hoffnung! Ey, ich... Okay, wir gehen das hier nochmal ganz kurz nach, ne? Die landen auf diesem Planeten, um den Meisterknacker zu finden. Meisterknacker vor allem schon. Finden dann den Meisterknacker in diesem Pasino, können ihn aber nicht anreden, weil sie ins Gefängnis eingesperrt werden, weil sie falsch geparkt haben mit ihrem Raumschiff. Und zufälligerweise in dem Kino, in dem Kino sei es schon, im Gefängnis, wo sie über diese Popsiefe Pläne reden und nicht gecheckt haben, dass irgendjemand anders noch in diesem Parkzimmer ist, ist dann zufälligerweise noch ein anderer. Du, der zufälligerweise genauso gut nachgefangen hat. Was? Was? Also, welches Kleinkind hat sich denn bitte das ausgedacht? Dass man ins Gefängnis kommt? Wegen Fatschparken? Parken! Also, nee. Das tut mir leid. Da ist er. Das hat keiner Tipp für uns. Nee, das hat keiner Tipps. Will mal jemanden Walkthrough anschauen und Bescheid sagen? Es ist ja nicht immer so, dass man hier viele Möglichkeiten hat. Oh, schwebt es? Ja, ich bin auch ein bisschen. WTF? Hä? Hä? Ist das das Ding, oder würden wir da auch schweben? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Mach doch noch. Hehehehe. Ich glaub Bug von dem Teil. Ich glaub, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass man das mitnimmt. Was? Das ist jetzt frech. Ich geh' meinen Roboter zurück. Das ist jetzt leidend aber auch ganz langsam wieder hier zurück zurück zurück. Ähnlich? Schön! Toll! Soll ich den Würfel probieren? Mach mal bitte! Okay, das du jetzt. Wenn der jetzt runterfällt, dann können wir das Level nicht lösen. Oh mein Gott. Ne, der Würfel ist einfach zu chunky, den krieg ich da nicht rüber. Ich glaube, es ist besser so. Ich glaube, wir haben wirklich nicht gedacht, dass wir da irgendwas tun können. Die haben sich nicht gedacht, dass irgendjemand so doof ist und noch ein zweites Mal darüber geht. Nur um dieses kleine Teilchen zu suchen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man durch hin und her stellen, aber deswegen gibt es gar nichts. Hätten wir diese Plattform nicht einfach gerade machen? Warte mal drücken wir auf den Knopf. Wohin sind denn diese Laien? Welche? Hä? Geh mal vom Knopf runter. Äh. Guck mal, hier ist nämlich noch eine Laien, die nicht zu dem Dings führt. Ups. Wo? Da links, neben dir, an der Wand. Da? Und wenn ich drauf drücke, wird die auch nicht orange? Doch, die wird auch orange. So. Okay. Okay. Ja. Was müssen wir hier machen, Junge? Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Patrick, helf uns. Ja, weißt du, er hat große Klappe. Hilf uns, Patrick. Du bist unsere letzte Hoffnung. Und jetzt wohl die Hilfe brauchen. Hm? Aber. Ich hab mir doch mitgekriegt, wenn sich durch, durch irgendwas anderes... ... Ach komm ey, jetzt hier. Freust dich doch. Ja. Soll ich mal schauen, ob ich irgendwas im Internet... Ist hier keiner hilft. Nein, ist hier Patrick da. Denkst du? Was? 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 Ah, now I get it. Wir sind so dumm. Wir sind so dumm, Junge. Wir sind so... Wir sind so dumm. Natürlich. Pass auf. Nein. Was? Was? Nein! Du musst da rein springen. Wir sind so brained off, klar. Das ist so unglaublich. Karten hatte. Wir brauchen dich doch nicht. Oh nein. Aber wir hatten lang kein Springen, okay? Oh nein. Oh mein Gott. Hey! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Super! Hey! Entschuldigung. Und ich spring auch noch daneben. Also... Hä? Dieses Kackwürfel holen war wahrscheinlich das schwierigste von allen. Wir machen es zweimal. Ja, aber das war halt so schwer, dass jetzt dieses einfache schon wieder überhaupt nicht nah an ihm war. Nein. Du musst selber da nicht alles... Ich hab das jetzt in meinem Weg testen. Bitte? Ich schaff das. Oh mein Gott. Nee. Nee. Toll. Ich freue mich. Ganz... Herzlichen Glückwunsch. Zum Abschluss der Standardstrecke. Ehe wir weitermachen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standard-Testverlaufs abschließen. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Wie weitermachen wir da draußen? Ja, verwacht ihr? Bäsen. Toll. Wico. Ähe wic3 Ist wichtig. Wir müssen das eWerk am Ende dieser Strecke finden. Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Keir Gegner! Muss mich über die Verwaltungsfälle. Die Verwaltung ist doch einfach drauf los. Es hat das halt doch keinen Sinn mehr? Hör, du bist auf mein Kopf gelandet. Hallo. Wacht jetzt kaputt, pass auf. Haut ab. Willst du sterben? Die sind kaputt. Hast du die kaputt gemacht? Alter, ja. Hier, hilf uns rein. Oh, holy moly. Wir sind ja auf einer Shooting Range, das ist nicht gut. Okay, Leute, das war vor uns zwei. Kann man, kann ich? Nein! Okay, keine gute Idee. Machs nicht. Mach einfach nicht. Nein! Ach, wegen meinem Portal? Ja, ja. Aber, was soll ich denn da machen? Ich kann eine Schutzwand bauen, ich kann eine Schutzwand machen. Woher? Ich hab die Schutzwand mitgenommen. Oh! Aber... Da unten kannst du, da unten kannst du hinsetzen. Da. Äh... Also da musst du daneben hinsetzen. Ah! Ah! Oh Gott, ich glaub du hast es nicht geschafft. Okay. Ah! Oh! Oh! Oh, nicht da hinten! Oh, was ist denn? Oh, was ist denn da? Oh! Oh, ich sitz nicht. Oh, nein! Was ist der Platz? Ich kann mich nicht umbringen. Hä? Oder du wartest auf mich? Ach ne, ich überlebe das nicht ohne dich, ne? Du überlebst das nicht, aber ich kann mich nicht umbringen. Hä? Kannst du mich einfach unterspringen? Nein, ich kann nicht. Hier ist ein Geländer. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht umbringen. Oh mein Gott. Warte mal, bring dich mal um. Nichts leichter als das. Ich hatte ihn angehört, wie... ... den Charakter aus einer... Coldmirror Harry Potter für alle. Okay, I'm dead. Wisst ihr, wo ihr seid? Ja. Ja. Und jetzt? Hast du oben gespawnt? Ja. Oh, ist schlecht. Ähm. Weil ich bin stuck. Schlechtes Level-Design, ja. Echt so? Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann jetzt nur zum Hub... Wir haben das Spiel schon zu zweit rausgetrickst. Ähm, ja dann gehen wir zum Hub und machen halt das neueste Level nochmal los. Okay. Soll ich speichern? Warte, hast du ge... Kann man hier speichern? Nee. Komm nicht. Brich. Weiß ich... Wen haben wir denn da? Hattet ihr Angst vor dem Test? Oh, guck mal. Halt die Schnauze! Oh, wie viele Punkte die wir haben. 1762! Hey! Ist das hoch? Das war nicht so gut. Wir hatten davor noch minus 200. Ah, okay. Fast 1000 Platz. Wir wollten gleich jetzt die Mission hier machen. So. Let's go. Let's go! Let's go! Verwaltungsfehle. Ja, die Verwaltung. So, die Roboter sind broken. Weiß kalt. Ich geh da rein. Man nennt mich auch... Jonas. Jonas. Ich hab gedacht, Goebi. Ne, man ruft mich halt überhaupt nicht Jonas, sondern ich weiß nicht für den... Ah, Jonas die Lust. Lust? Und... WUSCH! So, wo muss ich das jetzt platzieren? AAH! Du musst gar nichts umsetzen. Wir müssen einfach... Ach so, also... Aber wir sind doch vorhin gestorben. Ich hab gedacht... Du bist nicht gestorben. Du bist nur gestorben. Das ist das komische. Ach so, also ich hätt gar nicht umsetzen müssen. Weil du gesagt hast, platziert da! Du musst... Du... Ja, ich... Sorry, das war my bad. Du musst einfach nur nach vorne drücken, weil da hast du ne Plattform und dann landest du dann drauf. Okay. Ich... Los! Du hast meinen Pottel weggeschätzt und zwei Pottel weggeschätzt und zwei Pottel weggeschätzt. Scheiße, sorry. Das ist dein Pottel weggeschätzt. Und das System wieder ans Netz bringt. Okay, jetzt aber. Jetzt alle guten Dinge sind vier. Vier sind ja nicht extra. Ehrlich? Komm weiter, wirst du was machen? Alle? Komm hin. High five. High five. Und? Warte mal, nee. Oh. Ja. Du hast rechts neben High five, okay? Okay. 3, 2, 1, los. Loll, ich hab deinen Kopf rausgenommen. Ja, aber jetzt... Ja. Ich find das sehr lustig. Hey! Hey! Jetzt hab ich's nicht gemacht. Jetzt kann ich dich nicht mal zurückschlagen. Ach doch, tu ich trotzdem. Sehr gut. Ich glaub, du kannst auch einfach... Ich glaub, du kannst auch meinen Kopf wegnehmen. Nimm mal meinen Kopf weg. Ja. Hier, ne? Ha, 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 ha. Ah, du kannst nicht sagen! Wow! Ja, ja, ha, 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 ha. OK, los, gehen. Das ist eine andere übergehen. Ja, ich setz dein Portal ganz schlecht. Nochmal! OK, jetzt konzentration. So. Warte, ich hab mein Portal so weit wie möglich links gesetzt. OK, ich mach's so weit wie mich rechts. NEIN! Oh, no. Setz es weiter rechts, setz es weiter rechts. Oh, gut, gut. Und jetzt müssen wir einfach überleben. Ja. Und unter der Stadt fahren. Oh, mein Gott. Yes. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich schon... Das war wahrscheinlich übelstes Achievement, dass du da folgst. Doch, das tut dich nicht. Ja, ich glaube halt echt. Aber wir haben leider keins bekommen. Vor allem war das, ist das ja gerade mal der Weg zum Level hin. So, wo müssen wir jetzt hin? Aus dem Vorfeld sitzen und... Wo, 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 wo... Da? Und? Und da unten. Kann ich eins setzen? Ach komm, da komm. Oh ja. Abenteuer, Spaß, Spaß und Abenteuer sind... ...freunden. Now. Ähm. Hau, 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 hau. Oh, ich seh dich. Oh, okay. Ein bisschen hart im Leben, das klappen wir. Oh, oh. Hey, und jetzt? Sind wir hier richtig? Ich glaub nicht. Ach, müssen wir in die andere Richtung? Schau mal da rüber. Maybe? Nee. Nee, weil sonst sind doch nicht, geht's ja nicht gepumpt. Weiter, ist so komisch. Oh. Oh. Ach, hier ist ein Portal. Ja. Vater, ich weiß, was wir machen müssen. Komm mit. Komm her. Yes. Und jetzt spring hier rein. Und jetzt? Oh. Oh. Ähm. Wie die Tür mag ich, wir müssen anscheinend da rüber. Komm. Hier. Was? Woher? Ja. Auf die Plattform. Oh. Ich hab gedacht, davon kommen wir. Von dort. Nee, wir sind von da an der Zeit. Ist richtig. Oh, ich hab überhaupt, also... Ah ja. Die Orientierungshilfe geht langsam. Hopps. Ja, langsam. Der war noch nie richtig vorhanden, aber jetzt noch wenig. Ich hab da müssen wir einfach wieder durchswooshen. Okay. Grüß Gott. Okay. Liebst du noch? Wir sollten die Geschütztürme vermeiden. Ich wurde, wurde getroffen. Zu sehr. Liebst du echt noch? Wow. Ich nehme noch. Ich bin wirklich dran. Ja, wahrscheinlich, weil die mich schon mal getroffen haben, hatte ich nicht mehr genug. Craft. On my way. On my way up. On my way up. Hä? Als ob das jetzt hier schon das Level ist? Natürlich nicht ganz. Und... Plopp. Nice. Oh. Oh, oh. Ja. Wisst ihr, wo ihr seid? Set. Himmel. Was haben wir denn da unten noch groß anders machen als das, was wir eh gemacht haben? Wir haben ja auch keine Wand mehr oder so. Schauen wir mal. So machen wir's. Oh ja. Oh ja. Wir sind die Maschine gegen den Ball hinzuzufügen. Oh ja. So machen wir's. Oh, oh ja. hätte den test geschaffen ok 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 dass nun mal alleine gehen kommen wir mit kurz aber man kann jedoch auch nichts von weiter vorne wiederholen sind hier irgendwo pfeile noch nicht ich hab das falsche vorteil sowas würde mir ja nie passieren aber ich habe ich habe den ausgang gefolgt ist er hier recht? ne er ist einfach direkt unter uns bist du verholt gegangen? hey ist ja voll fies da ist ne spalte drin aber geht trotzdem kaputt ja mann aber ist sicher dass dort der ausgang ist? ist das nicht von wo gekommen? ist das nicht von wo gekommen? ist das nicht von wo gekommen? komm ja wir kommen doch von da hinten aus ich hab keine ahnung das kann auch gut sein vielleicht aber es gibt ja auch kein kein irgendwie so dass irgend so ein winkel in dem die nicht auf uns schießen können oder so stimmt es ist davon wo wir gekommen sind da und da sind wir vorhin gekommen also hier hier war auch vorhin genau hier war das Ding und da links daneben war deine Wand und 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 jetzt rein? er hat drüber geschafft das halt nicht wenn man dann schwirrt ne? geht nicht vielleicht würde man es da rein aber reinspringen geht ja nicht huch ha guck ha cool gucken huiii den magst du da? guck mal Kuh ja heeeey vielleicht müssen wir es machen um auszuweichen let's try it out uu 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 die stirbe einfach nur schade so ist ja nicht schön gewesen Aber, naja. Also, was anderes bleibt uns hier von hier aus nicht groß übrig. Außer darüber zu gehen. Ja! Geil. Wo schießt du das Ding hier jetzt immer hin? Da! 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 Die sterben? Da! Und wenn... Nee, aber wir kommen hier... Weil irgendwie... ich hab das Gefühl, vielleicht müssen wir uns irgendwie so dahin teleportieren, aber dann schießen die... Gucken die nur in eine Seite, oder würden die uns auch... Die gucken nur in eine Richtung, aber... Die Frage ist halt, wie du hier das machen würdest. ... Warte, wenn... ... Mach mal... mach mal... tu mal dieses Ding hier. ... 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 Wir brauchen ja immer dieses Ding, das heißt, dieses eine Portal von dir wird immer dort hängen. Ja, das bringt uns halt gar nichts. Oder warte mal. Okay, ne, da ist es zödlich. Zödliche Ecke. Ist an der Wand was? Ne, ne? Vor allem, warum gucken die Roboter jetzt in die Richtung? Vorne haben sie in die andere Richtung geguckt. Ja, stimmt. Jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas komplett Banales. Ja, wir müssen es einfach nur fallen lassen. Nee. Da ist aber ne Dunkelheit. Was war da unten? Ja. 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 Ja, ja, ja. Bäh Bäh Können das dann auch nicht hier ge-reversen oder sowas? Nee, ne? Wir haben überhaupt... also wir können überhaupt nichts machen Ich hab halt gedacht, wenn man irgendwie... aber das würden wir niemals so lange durchhalten, dass wir hier uns trotzdem runterfallen lassen Ähm... und dann halt versuchen, so schnell wie wirklich da das nächste hinzusetzen und rüberzukommen Aber bis dahin sind wir ja auch schon längst tot Ist auch keine Idee, oder? Das kann es wirklich sein, weil dann glaube ich auch die Roboter wegmachen Okay, okay, ich komm Weil... manchmal probierst du mich da Ich probier's es einfach mal aus Ja Wenn ich sterbe, kannst du es dir einfach auch ausprobieren Nee, da steht man da irgendwie nicht so früh Ja, probierst du's mal aus Ein ganz kleines Fenster halt Aber ich glaube, ich stebe dann trotzdem Ich glaube, ich glaube, man müsste es halt schaffen, ohne dass man halt getötet wird Also nicht nur durch Glück, oder so Also nicht nur durch Glück, oder so Ja Boa Das ist der Fall Ja 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 Ich gucke Nämmer Ich gucke Das war Werd Meilen Ich gucke Ja, man schafft es, das zu legen, aber das geht nicht. Kannst du vielleicht hier irgendwas übersehen? Ähm, ja, ich habe auch schon geguckt. Wand, oder? Das geht dir auch nicht. Natürlich, da unten! Guck mal da ran! Da unten ist die Wand! Und? Okay, du musst das andere Bottle machen. Komm ich dahin? Da mach ich doch. Nee, du musst, du musst meins, du musst meins ersetzen. Und dann hier. Nee, du musst, du musst meins, du musst meins ersetzen. Und dann hier entsetzen. Oh mein Gott! Äh, wir sind so prägen. Aber ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut und hab gedacht, nö, da ist nix. So, und wo muss die Wand hin? Gute Nacht. Auch daneben. Da müssen die jetzt auch hier so nebeneinander. Also, let's go! Auf drei? Ja. Mach los! Eins, zwei, drei! Hast du genügend Zeit? Ich hab's nicht weiter rüber gekriegt. Ich glaub, du musst es ganz nach unten setzen. Geht das noch weiter runter? Du setzt es mal ganz nach unten und ich setze meins drüber. Ja. Und ich setze einfach jetzt mal gleich meins und du musst dann meins halt, ähm. Ach stimmt, ja klar. So, und meins da drunter? Mhm. Ich hab's auch nicht so ganz nach. Oh, ich weiß, wo ich mein Zinsetzen muss. Ich weiß, wo ich mein Zinsetzen muss. Und zwar nicht mal, nicht in der Nähe davon, sondern das muss an die linke Wand, sodass die ganzen Roboter unterfallen, bevor sie uns erreichen. ... Oh! Wow! Ja, ja! Na da! Nice. Okay. Da kann ich jetzt drunter setzen, ja? Ja, du kannst. Hi. Du schaffst das. Wie? Nein! Wir brauchen eine Disc. Ich hab die Disc gefunden. Ihr habt es geschafft. Jetzt explodieren wir gleich wieder. Das ist okay. Das System hat wieder Strom. Ich bin voll verbunden. Ich kann alles sehen. Und es ist nichts passiert. Sehr schön. Haha. Glückwunsch zum Abschluss der Standard Team Teststrecken von Aperture Science. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Eine Sonderbonusstrecke an deren Ende wir Menschen finden und befreien. Dank euch weiß ich wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den Notausgang aktiviert. Alles was ihr zu tun habt ist die Menschen zu befreien. Sie danken euch sicher mit einer Party. Sie danken euch sicher mit einer Party. Machen wir das noch oder? Boah wie viel? Das sind noch mehrere Level ne? Kannst erstmal High Five machen? Das sind halt wieder noch 8 Level. Eigentlich vor allem eigentlich das letzte Level jetzt war gerade gar nicht so schlimm. Eigentlich vor allem eigentlich das letzte Level jetzt war gerade gar nicht so schlimm. Wie kommt man da überhaupt rum? Machen wir das doch mal in einem anderen Stream die neuesten Level? Ja gerne. Damit hätte ich ehrlich gesagt. Freuen wir heute auch weil wir streamen jetzt nämlich schon seit fast über 5 Stunden. Stimmt wir haben 21 Uhr angefangen. Ich wollte gerade sagen 4 Stunden, aber es sind schon 5. Yay. Aber hey voll gut. Du bist voll gut in dem Spiel. Applaus. Get it. Okay wir haben wir endlich jetzt hier mit dem Stream. Ich mach nochmal kurz meine Coole. Ja das mach ich auch. Yes. Und noch das End High Five. Das ist kein High Five. Aber das ist auch ne schöne Zeit. Und dann machen wir hier mit Schluss. Und ich hoffe ihr schaltet dann ein nächste Woche. Oder was spielen wir nächste Woche? Äh da geht es nur um Star Dew Valley. Zu fährt. Star Dew Valley und irgendwann bald gibt es dann hier. Okay. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und tolle Crew hier. Tschüss.